wieder nicht wirklich schlauer gemacht aber okay gut okay ich höre weiter zu dann vielleicht komme ich ja irgendwann mal drauf okay also wenn du wahrhaftig und ehrlich bist dann gerne denn können wir gerne darüber sprechen können wir gerne über das neue testament sprechen über das alte bund das neue bund das haus israel aber ich habe diese jahre ziegel ach so bruder ich bin stumm also ich habe alles gesagt wenn jetzt eine frage und der neue bund hat angefangen als jesus christus am kreuz gesagt hat es ist vollbracht da das neue bund schon begonnen was ist denn das neue bund du willst von neuer bund ist da wo da jesus christus prophezeit wird wo jesus christus auf die welt kommt und sie ein zeichen im himmel gesehen haben also ein stern quasi und gekommen sind um ihn anzubeten das ist das neue bund und da beginnt alles wo das lamm gottes natürlich prophezeit wird wo johannes über das lamm gottes gesprochen hat und gesagt hat das ist der mann der unsere sünden tragen wird das ist der neue bund jesus also wer hat das gesagt wer hat das johannes johannes und johannes ist der johannes ist der augenzeuge ja man nennt ihn johannes der täufer johannes ist der augenzeuge nase raus er ist safe muslim er macht sowas und takia du glaubst es gar nicht ja das kommt mir schon so lange kommt vorher ich guck mal ich bin der letzte möchte jemanden was unterstellen aber sagt bitte nicht keiner ist ein prophet sein jesus und mohammed sind beide für dich keine propheten explizit dass du mohammed als prophet ablehnst ganz auch jesus und moses einmal ziegel jetzt sage ich dir mal was kollege er ist muslim da mal fragen musst du nichts unterstellen aber dabei tust du ganz zeit einen ich habe ja wir erwarten ehrlichkeit wir erwarten ehrlichkeit ich kann von einem gesprächspartner ehrlichkeit erwarten meine nächsten meine nächsten fragen wären auch zu koran gewesen aber du lässt ja gar nicht bisher direkt nur am schießen willst mir irgendwas unterstellen oder sonstiges anscheinend kann man dann bin ich ja wohl wahrscheinlich falsch um bei euch fragen zu stellen was ganz normal ist was ich nicht verstehe für mich mehr nicht das ist gemeint gewesen aber aber hamu hörst du mich überhaupt wenn ich immer hallo sage hörst du mich nicht ja natürlich höre ich dich okay okay also gut kummer mich würde eine sache interessieren warum zweifelst du an dem islam warum ich da zweifle ja warum zweifelst du im islam ich glaube ich habe an allen an den islam auch zweifel weil ich denke wenn das ja so korrekt so toll ist warum sind denn dann alle menschen davon so überzeugt okay jetzt hast du ehrlich jetzt jetzt warst du ehrlich also abu ziegel müssen muss man schon sagen er sagt er zweifelt an den kuran also das kann man ihnen glauben also ein wahrhaftiger moslem wird es seine eigene schrift nicht einfach so leugnen er leugnet das ja gerade er sagt ja selber er zweifelt dran das ist ehrlich ja sonst würde er ist ja nicht erwähnen also johannes johannes war ein jünger und ein augenzeuge von jesus christus und jesus genau aber was was hat dich denn da nicht mehr überzeugt vom vom islam was was genau was sind denn die punkte wo du gesagt hast hey nein das stimmt doch irgendwas was sind denn diese punkte wenn ich dich fragen darf ja das gibt es so eigene einige punkte was eine stutzig macht erste punkt ist ja ja es wird ja nie ein wunder in dem sinne vollbracht außer das wunder ist ja was ich ja verstehe was ich verstanden habe von anportalen von anderen muslime das wunder ist ja nur der koran genau und darf ich dazu was sagen warte mal kurz die muslime damals die den koran in der hand hatten haben trotzdem mohammed immer nach einem wunder gefragt das heißt wenn der koran denn so ein wunder gewesen sein sollte warum wurde mohammed in medina ständig nach einem wunder gefragt aber hat in sechs sieben versen deutlich noch mal erwähnt dass mohammed keine wunder hat weil er wurde einmal gefragt zweimal gefragt als die menschen damals haben den koran nie als wunder gesehen weil damals die dichtform und die dichtung und die schreibform sehr verbreitet war im arabischen raum das waren ja meister im gedichte schreiben also die leute kannten solche verse okay also haben wunder ist mal propaganda ja aber haben hast du überhaupt den koran bei dir denn kann ich dir was zeigen nein ich wie gesagt ich bin wirklich noch einmal um das klarzustellen ich bin laie was das islam betrifft ich bin laie was das judentum betrifft ich bin laie was das christentum betrifft ich kenne nur so die grundstruktur was ich verstehe was ich also was so normal was zugänglich ist glaube ich wenn du mich jetzt fragen wie deswegen frage ich auf wer ist johannes weil ich das ich hab dich schon mal den namen johannes habe ich schon mal gehört paul habe ich schon mal gehört was gibt es denn noch johannes johannes man nennt ihn johannes der täufer und johannes ist derjenige der der augenzeuge von jesus christus ist und der alles frisch dokumentiert hat und hinaus wollte nur noch mal kurz zu erwähnen das sind so sachen die ich jetzt von da und da mal geschnappt habe ich bin weder deswegen erzähle ich versiert weder im christentum versiert weder dies oder das aber so ganz grundlegende fragen die so ganz noch einmal ich gerade gesagt habe was ich verstanden habe so von sagen und was weiß ich was das ist wunder der koran für mich irgendwo gibt es so schlüftige momente dass das ein wunder ist und dann wiederum auch natürlich auch irgendwo nicht auch ein bisschen zweifeln und das betrifft mich als geht mir nur um die bücher jetzt wenn doch die bücher das maßgebende ist alles gut da betrifft das ja auch dann die bibel genauso das ist ja auch ein buch und genauso die torah oder wie man es gerne möchte das alte testament das ist ja auch eine bibel und korreter also ist also meiner meinung nach sollte das eine sache sein das kann ich kann es ja nicht mann und frau sein oder peter und karl du hast ja einen namen was würde das ist so meine frage was das denn jetzt genau ist darum es geht mir nur um diese bücher was was war was soll so der hintergrund ist warum hat man denn neues buch gemacht wenn doch dann als ein welches selber man sagt der neue testament das ist ja dann ein neues es ist ja was neues entstanden nein das ist ein neues buch sondern ein neuer bund startet und nicht ein neues buch da hast du glaube ich etwas falsch verstanden ein neuer bund startet neuer bund heißt nicht ein neues buch das ist falsch wer sagt er neulich habe ich so verstanden so dann ist das meine falsche was falsch verstanden weil weil im neuen bund ist der herr ja mit uns da hat auch die schwester das gerade rein geschrieben da wird ja im alten testament wird kommt ein prophet aus der mitte der brüder und im neuen testament im neuen bund und nicht neues buch neues buch sagen immer die muslime ja das sagen immer muss die bedarf sich bitte nicht falsch verstehen ich denke was respektvoll das sagen wir mal die muslime und das problem ist laut islam darf man lügen ja in notfällen darf man in drei bestimmte situationen darf man lügen ich weiß jetzt nicht welche stelle das noch mal war welche suche aber in drei stellen darfst du lügen und deswegen bin ich sehr sehr vorsichtig das nennt sich takia und ich will dir nur sagen mein lieber das heißt nicht neues buch das ist ein neuer bund das heißt jesus christus wird prophezeit und im neuen testament deswegen sagt man neues testament das ist ein neuer bund der startet weil als jesus christ am kreuz gestorben ist also das fleisch gestorben ist hatte gesagt es ist vollbracht ja und viele sagen ja wie kann denn ein gott sterben geist stirbt nicht ja das fleisch ist gestorben aber nicht sein geist ja gott kann nicht sterben ja ist am dritten tag wieder auferstanden und wie gesagt aber neues testament ist nicht neues buch wir sprechen vom neuen bund ist ein riesen unterschied deswegen damit du bescheid weißt und dass du dir das auch merken kannst es ist nicht ein neues buch sondern ein neuer bund ist ein unterschied nur dass du bescheid weißt okay also neuer bund ist das genau 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 also was sie wenn ich jetzt eine bibel in der jetzt im dinge im krankenhaus oder wo auch immer das ist der bund sozusagen neuer bund genau da da wird nur über das neue bund gesprochen weil ich kann dir auch sagen warum nur das neue bund damit du den herrn jesus christus kennenlernst deswegen ist es gut das neue testament zu lesen der neue bund damit du jesus christus kennenlernst und dann kannst du das alte testament lesen also das würde ich dir auch sogar empfehlen aber man fängt doch nicht mit kapitel 2 kapitel 1 gibt du verstehst das nicht guck mal für deine errettung für deine errettung es ist wichtig dass du jesus christus annimmst über ein geld über ein ließ das ist für dich wichtig das war deswegen musst du das neue testament lesen du musst ja jesus christus anerkennen als sein herr und heiland und dann bist du errettet und dann hast du weil du weißt nicht was morgen mit dir ist du weißt nicht was übermorgen mit dir ist wie gesagt dann kannst du das alte testament lesen kannst deine weisheiten und lehren daraus ziehen wie gesagt das ist der alte bund mit den juden das sind die mosaischen gesetze und der gott der bibel hat natürlich über die jahrtausende mit den verschiedenen völkern verschiedene bunde geschlossen was ja auch völlig normal ist weil ja bei bei noch mal was weil weiter also das meint dass sie dass die zeiten sich ändern weil damals war ja eine steinigung anders als würdest du heute in deutschland steinigen das meint als beispiel steinigen nur als beispiel dass sich die zeiten ändern das meinte der alte bund die alte zeiten steinigen also da also das heißt dann jedes mal wenn sich die zeiten ändert gibt es ein neues bund versteht das dann so nicht so ganz weil die zeiten haben sich ja schon geändert und gott hat diesen punkt schon vorherbestimmt und deswegen gab es schon gewisse zeiten die festgelegt worden sind aber im alten bund waren halt die zeiten anders als jetzt im neuen bund und der neue bund ist halt jetzt auf die jetzige zeit angepasst das sind seine wörter was er damit meint die neue zeit wie lange wird diese zeit gehen bis jesus christus wieder kommt damit wieder eine neue zeit dann wird das gericht kommen als man das tausendjährige gereicht und dann das gericht ok genau das land gottes was für deine sünden am kreuz ging ja bis zum tod am kreuz ja und deine sünden getragen hat und ich denke es ist wichtig dass du erst mal das neue testament lesen tust das empfehle ich dir wirklich und lass dir keine scheinargumente in den ohren hauen glaubt mir wenn jemand irgendwelche scheinargumente bringt dann schreibt mir schicken wir das und ich widerlege das ja weil es gibt keinen widerspruch in der bibel es gibt ein gleichnis bitte aber bestätige mir es gibt ein gleichnis aber keine widersprüche aber die widersprüche sind auch in einem seinem kopf ist das zum beispiel widersprüche bei gesunder menschenverstand sagt dass mir jetzt was du gerade zum beispiel kommen auf das thema du hast gerade gesagt der jesus ist für mich oder für uns unsere sünden gekreuzigt worden habe ich das so richtig verstanden jesus ist für deine sünden ans kreuz gegangen bis zum tod genau das heißt dann habe ich keine sünden mehr meine sünde sind alles das heißt das heißt ja nicht dass du weiterhin sünden soll sündigen soll sondern du sollst es verstehen dass er es aus liebe getan hat damit du errettet wirst weil würde das land gottes sich nicht opfern ja würde er sich nicht opfern für deine sünde könntest du nach dem tod mit dem herrn nicht im paradies sein das funktioniert nicht weil gott will keine sünde im haus haben ganz einfach und deswegen entäußerte er in sich wurde mensch ist auf die erde gekommen und hat deine sünden getragen aber da war ich schon gar nicht auf der welt wie soll er meine sünden tragen wie meinst du das er war nicht auf der welt was ich war doch nicht auf der welt darum geht es nicht um alles um alles zu erfüllen das ist doch ganz klar du es heißt ja nicht dass jetzt wenn jemand nicht geboren ist dass er nicht gerettet ist du hast es nicht verstanden es geht darum dass er unsere sünden getragen hat für uns alle er hat den satan am kreuz besiegt verstehst du weißt nicht worauf ich hinaus möchte ehrlich gesagt nicht was müssen kannst du mir das erklären was ist echt jetzt wirklich was kannst du mir das erklären das habe ich dir doch gerade erklärt aber das verstehe ich ich war doch noch nicht da ich habe ja noch nicht gesündet es gab es ja gar nicht wie soll denn jemand immer wir griffen glauben für mich übernommen haben was auch immer oder wie soll das denn geht geht es ist meine gesunde mein menschen für mein gehirn sagt mir wie soll denn so was gehen das sind so diese sachen wo ich dann beispiel ein zweifel an etwas haben ok ok verstehe also was ich ein bisschen komisch finde was verstehst du denn da nicht wenn ein gott für die gesamte menschheit die sünden trägt dass wir auf ewigkeit mit ihm im paradies sein werden dafür dass er unsere sünden trägt für alle was verstehst du denn ich aber du hast du gerade gesagt ja dann heißt das ja dass jeder der ja das angenommen hat jesus christus oder das christentum so danach geht ja im paradies kommt weil er hat ja keine sünden die sünden sind ja schon von ihm und jemand anderen übernommen worden ist das richtig verstehe ich das dann so oder haben wir haben du hast ein ganz falsches verständnis was ein ganz falsches verständnis er am kreuz hat christus für die sünden der welt gezahlt das sagt ihr auch selbst die bibel johannes 3 16 denn so bis zu dem zeitpunkt das verstehe ich ja die welt gibt es doch immer noch die welt gibt es ich kann das gleiche ich nehme jetzt alle sünden auf mich entweder nehme ich alles oder stimme ja nicht alle sünden das heißt ja für mich im umkehrschluss dass ich ja dann keine sünden mehr haben aber komplett übernimmt richtig aber aber darf ich kurz was sagen das wäre auch weißt du weißt du was ich gerade nur feststelle also es ist ja nicht böse gemeint aber ich versuche dir das meinen schönen worten zu erklären und ich erkläre dir etwas und du versuchst es aber zu widerlegen nein ich verstehe was versucht das zu verstehen verstehst du mich nicht ich frage mich dann ich bin vor jetzt dort einverstanden jetzt bin ich da einer der was weil sich so mittelmäßig in einführungsstrichen gesündigt hat so da ist einer der kinderschänder ist was weiß ich was er hat ja auch gesündigt oder was weiß ich was und da ist einer der war sein leben immer aufrichtig und dies und das also ich habe das meine frage okay ich mache das ich mache das kurz und knapp damit du das verstehst also das land gottes hat sich für uns für unsere sünde hat er sich geopfert das land gottes für die gesamte menschheit ob du jetzt ein kind bekommst ob der andere ein wir sind gerettet werden aber deswegen müssen wir den herrn jesus christus annehmen indem wir sein evangelium verstehen beispielsweise lesen okay wir leben immer noch in der gnadenzeit und jetzt solange wir die in dieser gnadenzeit leben müssen wir den herrn jesus christus annehmen okay und wir dürfen auch nicht vergessen die sünde was ich dir vorhin erklärt habe ist es ganz einfach ja er ist für die gesamte menschheit ans kreuz gegangen für die gesamte menschheit das heißt es spielt keine rolle ob du jetzt ein kind bekommst oder deine mutter oder wer auch immer ist egal wer ja sind von der sünde gerettet natürlich wenn du einen fehler begehst und sünde begehst dann tue buse vor dem herr ja tue buse tue buse und alles ist okay ja aber du musst es wirklich vom herzen bereuen ja du musst es wirklich vom herzen bereuen dass du diesen fehler begangen hast okay okay verstehe also das ist nicht nur ob ich hinaus möchte mit der ganze das so schuldigen ganz gut ja ganz gut aber wenn das kannst du das bitte bestätigen oder noch was hinzufügen beides bruder weil hebräer 10 26 steht ja denn wenn wir vorsätzlich sündigen nachdem wir die erkenntnis der weit empfangen haben das bedeutet die erkenntnis der weit ist dass christus für unsere sind gestorben ist da gibt es für diese sünden kein opfer mehr bedeutet wenn du als christ oder allgemein als person sagst du ist für meine sünden gestorben ich kann tun und lassen was ich will das ist falsch da werden diese sünden im himmel nicht mehr vergeben okay dann habe ich das jetzt dann heißt das wenn ich das dann weiß und weiter sind die gehen und dann heißt das deswegen gibt es ja das wird ja keine himmel und hölle geben du musst ja du musst ja vom herzen du musst ja vom herzen diese reue spüren und dann tue buse vom herrn tue buse ganz einfach aber es heißt nicht dass du wenn du bewusst sündigen tust dann ist es eine sünde weil du tust wenn eine ein kind was weiß ich misshandelt oder das heißt jesus christus nimmt für jeden seine sünden auch dann wäre das ja wohl meiner meinung nach das schlimmste und das was es gibt überhaupt das kann ja gar nicht sein ja wie gesagt wenn er das bewusst tut und nicht buse tut und das kommt nicht vom herzen klar dann wird er gerichtet werden klar der herr ist derjenige der richten wir können nicht richten das entscheidet am ende der herr jesus christus was wichtig ist dass das ist mir klar das ist mir klar aber das gibt es das wollte ich klarstellen dass es trotzdem weil es kann ja nicht sein dass man ja von allem befreit ist heißt jesus christus hat die jetzt deine für dich deine sünden auf sich genommen das meinte ich ja das ist jetzt mir einleuchtet das verstehe ich jetzt also wenn ich es weiß sobald ich es weiß und trotzdem bewusst etwas tue dann kann werde ich auch dafür zur rechten schafft gezogen dann wirst du zurecht und das hast du jetzt gut erklärt genau ganz einfach also schon von inneren auch diese reue spüren ja und dann buse tun aber wenn du bewusst etwas immer wiederholst dann tust du es bewusst ja das ist dann eine sünde ja ok also wie gesagt ich kann dir wenn du möchtest ich kann dir die bibel hörbuch kann ich die schicken und dann kannst du das thema anhören das alte bund damit du den jesus christus kennenlernst und das ist das wird dir deine seele guttun vertrauen mehr meist das neue bund nicht das alte und das neue bund zuerst und dann das alte bund ist alles in einem da muss die keine sorgen das ist für mich auch ein bisschen widersprüch ich weiß doch dieses neue und alte das kommt damit das war ja auch meine eingangs hast du nicht vorhin wo du reingekommen bist dass du nicht gesagt dass du nicht weiß was für dich richtig ist jetzt sagst du auf einmal das ist widersprüchlich altes bund und neues bund was ist denn widersprüchlich wenn ich dich fragen darf ich bin ich bin ehrlich wenn es wenn ich sage dir was für mich widersprüche ganz kurz was ist der alte bund und was ist der neue bund für mich gibt es nur wenn etwas ja heilig ist oder dann ist es das teil und nicht danach das war nicht meine egal was ist das neue bund ist ja für mich so wie ich verstanden habe die alte testament siehst du du weißt es gar nicht also wie kommst du auf widersprüche wie kommst du darauf dass ein widerspruch ist ja irgendwo muss ja was lesen muss ich mich an eine buch richten und ich alleine nein nein du weißt du weißt nicht mal was das alte bund ist was ist denn das alte bund also habe ich das verstanden da geht es ja um das haus israel aber guck mal was ich nicht verstehe du 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 sagst du sagst du kannst dich du weißt nicht du sagst keines ist sein profit und so ich erkläre es dir ganz schön jetzt sagst du ja aber es ist ein bisschen widersprüchlich aber weiß nicht was das alte bund ist und du weißt nicht was das neue bund ist wie kommst du auf den widerspruch weil ich nehme ich höre zum ersten mal von dir wegen dem bund habe ich ja auch ja auch erklärt ja aber weißt du was im neuen damal ist und eingangs und das ist ja habe ich ja gesagt das ist ja auch für mich so dass ich nicht verstehe warum gibt es was alt ist also was original ist in einführungsstrichen das habe ich dir doch das habe ich jedoch am anfang erklärt warum hörst du nicht zu ich würde mich doch an das original halten ich an das stopp stopp hier mal stopp weil es ist auch original kommen vielleicht ganz kurz gehst du nach diesem prinzip kannst du den islam auch nicht annehmen weil dort gibt es taura und den gil einmal taura alte in die neue erste punkt ok super ok super dann machen wir das so wieso muss eines falsch sein wieso muss eines falls wir sagen beide sind richtig aber wir sind im neuen bund da uns gott dem bund der gnade gegeben hat erstmal gab er uns den alten bund bzw den israeliten damit sie sich an das gesetz gottes halten und gott wahrhaftig dienen und anbeten dann haben sie sich immer wieder gegen gott gewendet immer und immer wieder so dass der alte bund nicht taugt für die israeliten da sie sie sich nicht an die gesetze gottes hielten was der alte bund besagt deswegen bringt gott einen neuen bund mit jesus christus für jede menschen die in jesai 42 das licht der nationen so dass jeder mensch mit gott in diesem bund sein kann und dass sie mit ihm in ewig hin darauf aufleben der fehler war nicht der alte bund der fehler waren die alten die menschen im alten bund und deswegen kam der neue bund weil gott barmherzig ist und einen neuen bund bringt so dass wir mit ihm in den himmel kommen wo ist das problem und wo ist das widersprüchlich genau und wir dürfen auch eine sache nicht vergessen im alten bund wissen wir auch ganz genau dass das haus israel die israelis den herrn jesus christus sie verwerfen ihnen sie glauben ja nicht damit und deswegen gibt es das neue bund damit sie den herrn jesus christus quasi kennenlernen ach so ok da kannst du mir sagen was die was die denn darüber sagen so was ist denn ihre oder diese alte bund was du sagst oder vorige bund was ist denn denen also die reden ja da wird ja auch über jesus christus berichtet im alten bund wird jesus da wird da wird der messiah prophezeit richtig also prophezeit wird wird er nur er wird prophezeit das licht der welt wird gute zeit genau denn nicht der männer der der knecht wird gott der knecht wird die gestalt er äußert sich und wird knecht und da sprechen wir von dem herrn jesus christus genau richtig ok ja das muss ich mir mal angucken was das genau berichtet wird okay gut muss ich mir alles mal glaube ich selber mal durchlesen solche sachen wie gesagt ich habe ja gesagt ich kann ich kann dir das hörbuch schicken aber du hast vorhin zwei drei sachen gesagt das gibt mir ein bisschen ein anderes gefühl aber alles gut ist ja dein gefühl ich habe ja auch gefühle du hast auch gefühle jeder hat gefühle wir sollten aneinander alle respektieren ist mir egal ob jetzt so oder so oder so ich glaube im endeffekt ob der jetzt eine richtig ist oder wahr ist oder nicht weiß im endeffekt predigen doch alle frieden wenn ich mich nicht täusche oder wenn man so normal was im endeffekt predigen doch alle frieden oder nein islam predigt kein frieden islam predigt predigt nur das was die menschen hören wollen der richtige islam ist im kern des islams tief drin und der islam will auch nichts mit ungläubige zu tun haben der islam befiehlt ungläubige zu therapieren das ist keine religion des prinz das ist religion des satans ok ja weil unser gott hat uns in der berg predigt beigebracht meinen menschen weh zu tun unser gott hat uns beigebracht keinen menschen zu therapieren denn der gott ist derjenige der vergeltend tut und nicht wir menschen für gott das ist falsch denn gott hat die macht den menschen das leben zu nehmen und wieder zu geben und nicht wir menschen bringen jemanden um das geht gar nicht das hat uns gott nie beigebracht der islam warum tun die das dann weil das gottlose menschen sind das heißt auf beiden seiten gibt es gottlose menschen nein im christentum gibt es keine gottlose wohl in der bibel befiehlt uns jesus christus zu töten wo aber das machen der christen ab dessen befehlt oder nicht ist eine andere geschichte ja ja aber wenn du dich nach der bibel richtet jesus christus hat nie gesagt therapier irgendein hat jesus christus nie gesagt der islam schon der islam kriegt den befehl ungläubige weh zu tun da kann ich dir genug verse geben mit tafsir mit al-kurtubi tafsir al jelelein ibn kaffee kann ich dir genug quellen zeigen ohne probleme der islam befiehlt das im christentum und christentum gibt es sowas nicht ein riesen tischen ok ok versteht ja versteht genau ok ok ja mal schauen wo uns das alles hinführt wie gesagt nur jesus christus kann dich retten ich gebe ich gebe dir eine sache bevor du dies glaube ich nicht ich glaube nur der mensch kann sich selber retten weil ich glaube auch an die wissenschaft oder nicht man muss ein bisschen die wissenschaft der auch mit hinein die wissenschaft interessiert mich nicht interessiert mich nur für einen gott der mir das verständnis gibt damit ich ihn erkenne denn er ist höher als ja verblendet dann bist du ja total verblendet oder sonst was nein du verstehst nicht gott gibt uns die erkenntnis besser zu sein denn er ist höher als die wissenschaft die wissenschaft ist nicht höher wie gott also von was leben wir ja aber wissen die wissenschaft bestätigt sogar die kreuzigung von jesus christus also von was reden wir also folge ich lieber ein gott als eine wissenschaft also bitte sorry klar wissenschaft auf menschlicher ebene ja dann kann man sich das anschauen ja das passt ja ist alles gar kein problem aber gott ist höher als die wissenschaft das dürfen wir nicht vergessen doch so süß ja ich würde dir einfach empfehlen wenn du heute ins gebet gehst fragt gott wer bist du frag ihn mal einfach nur ins gebet gehen und frag ihn gott wer bist du einfach nur fragen du musst nicht sagen anders noch mal was was meinst du ich soll fragen wer ich selber bin nein du sollst einfach ins gebet gehen und sagen gott wer bist du dann kriege ich eine antwort irgendwann mal wirst du auf jeden fall eine antwort kriegen da bin ich fest davon überzeugt macht das einfach mal und vielen dank für das gespräch okay okay das fandst du nicht cool aber was fandst du nicht ich meine das fand ich sie jetzt nicht cool das glaubst du selber nicht dass ich dann antwort kriegen oder alles gut ich wünsche dir noch einen schönen tag und ganz viel liebe und genau ja das wünsche ich dir auch danke dir aber trotzdem ich werde ein wenig bau schlauer machen und ich noch mal bestimmt vielleicht mal melden ich danke dir aber trotzdem für das nette gespräch wirklich kein problem alles gut immer gerne auch immer gern abo belgrad was sagst du dazu also ich bin schon ein bisschen geschockt er wollte einfach nicht verstehen man hat ja gemerkt er kam schon ein bisschen komisch rein dann haben wir die mit mir ist es immer mir auch ein bisschen suspect aber naja und danach noch die endreaktion ich glaube aber nicht dass er antworten wird ja das nächste mal wenn atheisten oder so reinkommen agnostiker die fragen die was die sind und dann stellen wir ein paar schöne fragen an die da machen wir das mal anders und agnostiker hallo hallo ich hätte eine frage an dich wurde überhaupt eine frage stellt begrüße erstmal die leute begrüßt die zuschauer und was bist du bist du moslem bist du christ was bist du ich bin christ du bist christ denn sagt mohammed ist nicht mein prophet ist nicht mein prophet so interessant okay jetzt ja es gibt sein die 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 kennst du den tick tocker da da ist die die er ist so ein deutscher der den islam vertritt kennst du den zufällig katastrophe ich habe immer schleichend gesehen ja ja ich wollte dich mal fragen was du davon hältst und zwar ich bin mit ja die haben die haben den stark verarscht was soll ich sagen wir haben den mega das dachte ich mir auch und dann bin ich mit dem in den live gegangen genauso wie mit dir und dann habe ich ein paar sachen gefragt mich interessiert haben daraufhin hat einen anderen typen eingeladen nachdem er mir nicht antworten konnte da ich mich einem glauben also ich würde mal sagen okay gut auskenne ja und dann hat er auf einmal gesagt also der typ welcher gesagt ich bin ägypter ich komme aus ägypten und der koran ist ja arabisch dann hat der eingeladenen gast mir irgendwelche textstellen aus dem koran rausgeholt und meinte zu mir dass sie übersetzen soll es ist ja so dass der koran auf hocharabisch geschrieben ist also es gibt einen unterschied zwischen hocharabisch und dem arabisch was gesprochen wird und dadurch dass ich in österreich geboren wurde kann ich ja das hocharabische nicht und das ist verständlich meinte dann ja ich kann es nicht übersetzen aber meine fragen wurden einfach ignoriert und dann dieser die hat mich rausgeworfen und er hat dann einfach so wie hast du mir an jesus christus gefunden ich wurde als koptisch orthodoxer christ geboren das sind ungefähr 20 millionen menschen ägypten also er die männerheit und das sind einfach altorientalisch orthodoxe christen ok alle ehre dem herrn jesus christus das war ein gut glaubt dass jesus christus gottes amen 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 und das ist immer schön ein arabischen bruder zu sehen der in christus ist ich liebe es nicht das höre weil das meine seele ist dann so ich freue mich dann voll weißt ja es ist aber auch die minderheit er dann ist es so er hat mich dann rausgeworfen hat einfach so zynisch gelacht ich weiß nicht so man dachte einfach der teufel ist in ihm er hat so richtig gelacht und meinte einfach dass ich keine ahnung von meiner religion ab und dass ich meine dass ich ägypter will und einfach keine gibt da bin und das war nicht so das ist doch das zeigt doch irgendwie einfach dass diese menschen keine ahnung haben und einfach weil man gerne wenn ich dich wäre wenn ich dich wäre gg einfach in so solche streams gar nicht reingehen so blöden streams gar nicht rein das sind menschen die haben keine ahnung glaubt mir einfach nicht reingehen am besten auch gar nicht reingucken oder so gleich direkt wenn du siehst dass du swipes du siehst diese man gleich weg swipen ganz einfach weil es sind menschen einfach die sind geblendet und mit solchen menschen kann es einfach sich nicht unterhalten sie klammern sich an einem gott fest der locken hat wie rastafari zwei rechte hände an sowas glauben die also sorry also wenn ich die ganzen taxide hadith auspacke kerle wie also da denke ich mir so wie kann man an so einem gott überhaupt glauben und wie kann man an einem propheten glauben der türken und kurden beleidigt und christen und juden verfolgt also sorry also das ist schon mehr als nur blöd so einen zu zu folgen bloß der größte fehler ist auch noch dass er noch eine sechsjährige hatte ja und die ehe mit neun vollzogen hat mit einer neuen sorry das sind so lauter fehler für mich dass das sind errors ohne ende im christentum habe ich gar keinen einzigen euro gefunden keinen einzigen euro ich gehe die bibel grad komplett durch ich finde keinen error wir finden ein gleichnis und gleichnis ist kein widerspruch ist ein riesen unterschied gleichnis und widerspruch sind zwei unterschiede aber belgrad mein bruder ganz kurz erklär mal den leuten was ein gleichnis ist und was ein widerspruch ist ein gleichnis ist eine vergleichsrede beispielsweise hat christus in markus 13 32 in einem gleichnis von einer jüdischen hochzeit gesprochen wenn er sagt er weiß die stunde nicht weiß er sie in diesen gleichnis nicht da er der bräutigam ist wie es in matthäus geschrieben steht und die jünger mäßig die braut in dem sinne und er ist rausgegangen aber ich mache weiter und in dieser rede sagt er dann beispielsweise er weiß es nicht weil er in diesen gleichnis in einem vergleich spricht in einer bestimmten situation kann man auch mit metaphorisch gleichstellen und ein widerspruch ist einfach wenn eine sache die andere sache auch schließt also beispielsweise ich sag grad flex hatten kreuz kreuzkette an und dann sage ich flex hat keine kreuzkette an das eine schließt das andere aus danke amen dank italianer denis danke genau das ist ein gleichnis ja widerspruch gleichen ist es sind zwei unterschiede deswegen müsst ihr immer sehr sehr vorsichtig sein wenn muslime argumente bringen und sagen guck mal da haben wir einen widerspruch und so wir haben ein gleichnis aber wir haben keinen widerspruch ein riesen unterschied das ist dann kein widerspruch so wie die das immer sagen und ja genau meine lieben geschwister wir machen jetzt dann noch weiter bevor wir weitermachen bevor ich auch anfange ich guck jetzt erst mal wer alles gilandji dankeschön wollen wir mal den bruder hier hoch ich glaube der bruder will was sagen bestimmt ich glaube ich glaube der ist nicht da alles gut okay der kommt vielleicht wieder rein alles gut ich glaube der hört mich nicht alles gut okay er ist vielleicht aus versehen er ist aus versehen hochgekommen glaube ich das waren aus versehen so nimmt er zu an hier ist kein ertuch ich sehe kein ertuch ja ich sehe keine ertuch genau oder ich lasse dich noch das evangelium einmal teilen denn wieder legen wir das argument im fünfter buch mose was die muslime meistens über benutzen um unsere brüder und geschwister zu manipulieren das widerlegen wir heute ich lasse dich jetzt noch einmal mal das evangelium noch teilen dann lege ich los also an die leute hier drin an die 380 leute die gerade zuschauen wir sind christen aus einem bestimmten grund können so argumentieren wie christen wir sind keine atheisten nämlich wir sind nachfolger des christus des messias dieser wurde im alten testament prophezeit im neuen testament hat er das alte testament bestätigt und nach ihm waren die apostel und die haben zurückgegriffen auf die zeit sind zu ihm zurückgegangen aufs jahr 0 bis jahr 33 wo christus gepredigt hat alles dreht sich um diese person da wir nur durch sein blut in den himmel kommen können die muslime und anders leidigen sie glauben an werksgerechtigkeit bedeutet ich tue gute sachen dadurch komme ich in den himmel bekomme hassanat punkte bei allah oder bei irgendwelchen göttern und kriege dadurch jungfrauen im paradies beispielsweise aber daran glauben wir christen nicht wie christen glauben daran dass wir allein durch sein blut geheiligt werden und das ist auch sehr interessant nämlich das verscheucht hochmut nämlich hochmut ist wenn man denkt man kann selber etwas tun und die muslime denken beispielsweise sie können selber in den himmel kommen aber wir nicht wir kommen nur durch die gnade des herrn jesus christus in den himmel der letzte vers der bibel heißt die gnade des herrn jesus sei mit euch allen mit allen wer ist es damit angesprochen genau muslime christen atheisten juden hinduisten mit allen es heißt nicht umsonst mit allem weil gott möchte dass jeder mensch gerettet wird weil gott ist ein gerechter und guter gott christus sagt in lukas 18 19 und markus 18 gott wird das bestätigt der herr ist gut der herr ist unser hilfe und deswegen gibt es keinen grund christus nicht abzulehnen ich bringe noch ein argument in vorwand dass mohammed kein prophet sein kann in lukas kapitel 13 33 sagt christus sagt gott kein prophet darf außerhalb von jerusalem umkommen ein vers später sagt er jerusalem jerusalem warum tötest du die propheten was ist mit jerusalem gemeint die stadt der ort nein damit sind die israeliten gemeint nach christus gab es keine verbundenheit hat gestorben sein nach ihm kommt kein prophet der geist der wahrheit ist der heilige geist in johannes 46 20 wird das bestätigt und er ist unser hilfe und unser wahrhaftiger gott deswegen hatte hier schon mohammed ausgeschlossen dankeschön amen 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 und deswegen sprechen wir auch darüber ich mach mal kurz hintergrund hintergrund mal ein bisschen weg damit man mich ein bisschen deutlicher sieht genau meine lieben geschwister das hat der bruder sehr sehr schön gesagt jesus christus hat gesagt ein fünfter buch mose es wird ein prophet kommen aus eurer mitte die muslime sagen immer damit ist mohammed gemeint mohammed nein mohammed wird in der bibel nicht erwähnt weder in jesaja 42 6 weder noch im fünfter buch mose 18 vers 18 und ich kann euch auch sagen warum mohammed wird nicht in der bibel prophezeit dieses argument werden wir heute richtig krass widerlegen und dann werden wir schauen ob das wirklich mohammed ist der in der bibel vorkommt ja was hat der herr gesagt der herr hat gesagt keine falschen propheten ja es wird einer kommen falscher profit einer der kommt aus der mitte ist der der aus der mitte kommt ist der messiah vom stamm israel so wir sprechen hier vom fünfter buch mose fangen wir mal von 8 15 bis 18 an das lese ich euch mal vor einem propheten wie mich das wird schon ein fünfter buch mose vers also kapitel 18 vers 15 wird schon angesprochen leute ja das lesen wir einem propheten wie mich wird der dir der herr dein gott erwecken aus deiner mitte aus deinen brüdern auf ihn sollst du hören ganz so wie du es von dem herrn und dein gott am koreb erbeten hast am tag der versammlung indem du sprach ich will von nun an die stimme des herrn meines gottes nicht mehr hören und das große feuer nicht mehr sehen damit ich nicht sterbe und der herr sprach zu mir sie haben recht geredet ich will ihnen einen propheten wie du es bist aus der mitte ihre brüder erwecken und meine worte in seinem mund legen der soll alles zu ihnen reden was ich ihm gebieten werde jetzt werden die muslime sagen das ist mohammed nein ist nicht morgen warum leute wir gehen jetzt mal in erster buch mose leute bitte notiert euch das das ist sehr sehr wichtig erster buch mose kapitel 49 von 10 bis 11 ja auch der bruder belgrad soll sich das aufschreiben weil ich hier werden wir die argumente der muslime komplett widerlegen und zwar auf einer theologischen ok erster buch mose kapitel 29 vers 10 bis 11 ok wir lesen jetzt etwas sehr interessantes es wird das zepter nicht von juda weichen noch der herrscher starb von seinen füßen bis der schilo kommt der schilo ist nicht mohammed wer ist der schilo nicht mohammed und ihm werden die völker gehorsam sein er wird seinen er wird sein füllen an den weinstock binden und das junge seiner eselin an die edel rebe leute jetzt wird es interessant wer ist der weinstock abo belgrad dreimal darfst du raten wer ist der weinstock jesus christus jesus christus danke leute alle mal ein amen ich möchte bitte dass ihr euch das aufschreibt erste buch mose 49 vers 10 bis 11 ok schreibt es euch auf alle mal ein amen in den chat ok alle mal ein amen hier wird kein mohammed hier wird kein mohammed prophezeit ok hier wird kein mohammed prophezeit ich lesen es euch noch ein einziges mal vor notiert euch das war diese scheine argumente der muslime werden heute komplett begraben komplett es gibt hier kein momo oder mohammedan was auch immer gibt es hier nicht es gibt hier kein mohammed es nirgendwo zu finden er ist ein falscher fufi er ist ein falscher prophet fertig punkt aus der wird sie in der bibel nicht mal erwähnt ok ich lese euch noch mal vor das zepter werden wir auch noch mal ansprechen ja damit ihr genau wisst dass im alten testament der der prophezeit wird jesus christus und das lesen wir in erster buch mose 49 10 bis 11 ich lese euch noch ein einziges mal vor den gehen wir weiter es wird das zepter nicht von juda weichen noch der herrscher starb der herrscher starb von seinen füßen bis der schilo kommt und ihm werden die völker gehorsam sein er wird sein füllen an den weinstock binden und das junge seine eselin an die edelrebe er wird sein kleid im wein waschen und seinen mantel in traubenblut leute jetzt die die den vers nicht verstanden haben ich lese ich werde euch den vers nochmal geben erster buch mose 49 kapitel 49 vers 11 bis 10 bis 11 genau jetzt gehen wir weiter leute wir haben hier in diesem vers eine wichtige sache gelesen ok eine sehr sehr wichtige sache und zwar haben wir gelesen der schilo der weinstock und die rebe haben wir hier einmal im alten testament gelesen der prophezeit wird wer ist denn der weinstock jetzt gehen wir mal weiter leute jetzt wird es interessant bitte alle aufschreiben johannes kapitel 15 johannes kapitel 15 wer ist fünf wer ist das weinstock also mohammed ist nicht der weinstock mohammed hat auch nicht den zepter mohammed gibt auch niemanden die rebe also wie kommen die muslime eigentlich drauf dass der weinstock mohammed ist sehr witzig seit wann ist mohammed der weinstock jesus christus hat gesagt ich bin der weinstock also wie kommen unsere lieben muslime darauf dass mohammed der weinstock ist leute schreibt es euch bitte auf johannes kapitel 15 vers 5 ich lese es euch vor ich bin der weinstock ihr seid die reben wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel frucht denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun wer ist es jesus christus das sind die worte des evangelium was der herr jesus christus uns weiter gibt das neue testament bestätigt das alte testament amen das neue testament bestätigt das alte testament also wie kommen die muslime auf mohammed wie kommen diese götzendiener auf mohammed wie kommen sie auf mohammed jetzt wird es aber noch interessant vierter buch mose leute vierter buch mose kapitel 24 vers 17 bis 19 dazu ich sehe ihn aber jetzt noch nicht ich schaue ihn aber noch nicht in der nähe ein stern tritt hervor aus jakob und ein zepter erhebt sich leute jetzt gehen wir mal zurück wenn wir in fünfter buch mose lesen den lesen wir hier ne halt das war nicht das war erster buch mose 49 kapitel 10 11 kapitel 49 vers 10 bis 11 lesen wir er wird das zepter nicht von juda weichen und jetzt aber wenn wir in vierter buch mose gehen vierter buch mose 24 kapitel 24 versen 17 bis 19 lesen wir ich sehe ihn aber jetzt noch nicht ich schaue ihn aber noch nicht in der nähe ein stern tritt hervor aus jakob und ein zepter erhebt sich aus israel erhebt sich mohammed aus israel eine frage an die lieben muslime erhebt sich mohammed aus israel nein ist mohammed der zepter nein derjenige der das zepter trägt ist der herr jesus christus also wie kommt ihr muslime darauf dass im fünfter buch mose 18 kapitel 18 18 dass der mohammed prophezeit wird wie kommt ihr drauf damit ihr unsere schwarzen brüder verarschen könnt und damit sozusagen in den islam locken könnt das ist euer plan und deswegen widerlege ich euch heute und jeder der schwarzen brüder die hier drinnen sind meinesgleichen soll sich das notieren ja ihr fantasiert so viel aber wir sprechen die wahrheit wir lassen die quellen sprechen hier verarscht unsere brüder weil unsere brüder gar keine ahnung das ist das problem und immer dieses christentum so schlecht reden und deswegen widerlegen wir euch weil ihr lügner seid und ich weiß schon wie ihr denken tut wir lesen im vierter buch mose kapitel 24 17 bis 19 ich sehe ich sehe ihn aber jetzt noch nicht ich schaue ihn aber noch nicht in der nähe ein stern tritt hervor aus jakob und ein zepter erhebt sich aus israel ein zepter erhebt sich aus israel und das ist ganz bestimmt nicht mohammed aber belgrad ein zepter erhebt sich aus israel wer ist denn das ist das mohammed ich glaube nicht ich glaube irgendwie nicht oh mein gott das ist nicht mohammed also wie kommt die muslim auf mohammed oh mein gott mein gott ich wusste nicht dass mohammed aus israel kommt aber mir wusste ich ja gar nicht das ist ja mal wieder was ganz neues soll ich zum allerersten mal mama mia also eure fantasie könnt ihr woanders lassen aber hier funktioniert das bei uns nicht weil hier sprechen wir die wahrheit wir können vielleicht draußen könnt ihr die leute täuschen und verarschen aber hier sprechen wir die wahrheit jetzt wird sein besitz und sie zum eigentum seiner feinde werden israel aber mächtiges tun von jakob wird ausgehen der herrschen wird und er wird umbringen was von der stadt übrig ist das lesen wir sogar glaube ich im zweite zweite buch mose glaube ich lesen wir das ebenfalls so wenn wir vom zepter sprechen ja ein zepter erhebt sich aus israel bitte ich will dass ihr euch diese sachen notiert weil dann habt ihr das schon mal parat es ist wichtig dass ihr euch das notiert leute lasst euch nicht verarschen leute weil der islam kommt und verarscht euch mohammed wird prophezeit mohammed wird prophezeit nein mohammed wird nicht prophezeit ja so das zepter leute das zepter erhebt sich aus israel wer ist das zepter leute jetzt gehen wir ein vers weiter hört zu leute hebräer kapitel 1 vers 8 hebräer kapitel 1 vers 8 schreibt es euch auf aber von dem sohn dein thron o gott wert von ewigkeit zur ewigkeit das zepter deines reiches ist ein zepter des rechts ist mohammed jetzt gott hat mohammed in einem zepter hat mohammed ein reich außerhalb dieser erde das ist aber wirklich sehr sehr interessant wollt ihr immer noch sagen dass mohammed prophezeit wird ich glaube nicht ich glaube nicht also meine lieben muslime hört auf die schwarzen brüder der community zu verarschen es gibt kein mohammed in der bibel hier habt ihr keine hier ist endstation in diesem channel hier ist endstation hier wird kein mohammed prophezeit wer ist das zepter jesus christus das reich ist ein zepter des rechts und da sprechen wir ganz bestimmt nicht von mohammed weil mohammed ist kein gott spread mohammed's ashes in the black kaba kiste black stone aber nicht bei uns go kiste black stone es wird noch interessanter leute die erklärung wird sogar noch besser 1 vers 76 bis 80 dann lesen wir was sehr interessantes leute was sehr interessantes und du kindlein wirst ein prophet des höchsten genannt und du kindlein wirst ein prophet des höchsten genannt werden von wem sprechen wir denn denn du wirst vor dem angesicht des herrn hergehen und seine wege zu bereiten um seinen volk erkenntnis des heils zu geben das ihnen zuteil wird durch die vergebung ihrer sünden und wer vergibt sünden aber wer vergibt sünden nur gott vergibt sünden und das ist ganz bestimmt nicht mohammed also meine lieben also meine lieben muslimi wollte immer noch fünfter buch mose kapitel 18 18 anwenden also wer gerne mit mir darüber debattieren will gerne kommt hoch habt keine angst gerne aber hier ist endstation hier gibt es kein mohammed fünfter buch mose vierter buch mose dritter buch mose zweiter buch mose wer ist no mohammed to see nirgendwo das kind aber wuchs und wurde stark im geist wer wurde stark im geist aber bilder oder kannst du mir das sagen ich weiß es nicht nicht machen mit auf jeden fall jesus dankeschön und er war in der wüste bis zum tag seines auftretens vor israel boom wer ist das aber wer ist das jesus christus jesus christus also sprechen wir hier nicht vor morgen mit genau wie kommen sie auf moment deswegen meine lieben geschwister lukas kapitel 1 vers 76 bis sich benotiert diese fernse ist äußerst wichtig dass wir darüber sprechen es ist äußerst wichtig dass meine geschwister dass meine brüder hier drin dass ihr euch all diese sachen notiert weil keiner kann euch widerlegen wenn ihr diese sachen parat habt bruder meine schwarze bruder komm zu mir ich zeige dir mohammed wird in die bibel pro fesai kommst du mir ich zeige dir für für den fünften buch mose komm komm bruder nein ist nix bruder nix prophezeit nix niente nada nada nix gar nix warum leute warum jetzt gehen wir in johannes kapitel 6 vers 14 das was ich euch alles zeige hat einen zusammenhang johannes kapitel 6 vers 14 als nun die leute das zeichen sahen dass jesus getan hatte sprachen sie das ist wahrhaftig der prophet der in die welt kommen soll fünfter buch mose ich werde euch den messias schicken aus der mitte von euch hier sehen wir johannes kapitel 6 vers 14 lesen wir das ist wahrhaftig der prophet der in die welt kommen soll und wenn wir sogar noch weiter lesen leute lesen wir da nun jesus erkannte dass sie kommen würden um ihn mit gewalt zum könig zu machen zucker sich wiederum zurück zum berg ganz allein also sprechen wir hier vom könig wer ist der könig jesus christus wer ist der herr der herrscher jesus christus wer ist das flammen gottes jesus christus also wer sagt dass die mohammed prophezeit wird hier wird kein mohammed prophezeit also meine lieben muslime ich weiß land der träume ist wirklich sehr sehr schön ich meine ich wünsche euch viel glück beim träumen aber ich glaube keine chance kein mohammed es gibt kein mohammed in der bibel ich weiß ihr wünscht es euch das eure fantasie aber gibt es nicht genau in der apostelgeschichte leute notiert euch das notiert euch das leute apostelgeschichte kapitel 3 vers 22 bis 26 abu belgrad immer aufschreiben weil das ist alles ein zusammenhang bezüglich der prophezeiung von jesus christus bitte alle notieren das ist äußerst wichtig ja morgen geben wir auch noch mal vollgas oder vielleicht heute nochmal um 0 uhr komme ich nochmal aber wie gesagt das machen wir noch zu ende apostelgeschichte kapitel 3 vers 22 bis 26 lesen wir den mose hat zu den vätern gesagt leute wird zu einer apostelgeschichte wird schon darüber gesprochen leute hört zu den mose hat zu den vätern gesagt ein prophet wie mich wird euch der herr euer gott erwecken aus euren brüdern leute das wird sogar in der apostelgeschichte erwähnt höre zu jetzt wird es interessant auf ihn sollt ihr hören in allem was er zu euch reden wird und es wird und es wird geschehen jede seele die ihn nicht auf dem propheten wird wird soll vertilgt werden aus dem volk und alle propheten von samuel an und folge an samuel an und den folgenden so viele geredet haben sie haben auch diese tage im voraus angekündigt ihr seid söhne der propheten des bundes den gott mit unseren vätern schloss leute schloss sorry es wird aber sehr interessant leute okay als er zu zu abraham sprach und in deinen samen sollen gesegnet werden alle geschlechter der erde euch zuerst hat gott als er sein knecht jesus erweckte ihn gesandt um euch zu segnen in dem ein jeder von euch sich von seiner bosheit bekehrt amen hier reden wir wieder von jesus christus ein prophet der aus der mitte kommt hier sprechen wir nicht über mohammed in der apostelgeschichte bestätigt das noch mal alle mal in den chat ein amen apostelgeschichte bestätigt das also kein mohammed noch mal kein mohammed oder ne dazu noch mal johannes 1 21 du weißt ja die juden die kannten ihre schrift gut auch die heuchler die schriftgelehrten und die phariseer sie sind zu johannes der täufer gegangen und haben die gefragt ob er der prophet ist von dem beschrieben ist und das interessante dabei ist dass sie einen juden fragt man ist der täufer bedeutet die juden selber haben einen juden als diesen propheten erwartet wieso weil sie einen juden fragten hätten sie einen aus dem von den ismailiten erwartet dann hätten die keinen juden gefahrt also gegen wenn wir hören wir hören uns doppelt du musst dich glaube ich stummen oder so ging wer die du musst dich kurz stummen wenn möglich okay ja das hat aber belgert wirklich sehr sehr schön gesagt deswegen ich glaube wir müssen nichts mehr hinzufügen also es gibt hier kein mohammed mohammed wird sie nicht prophezeit das ist die bank komplett auseinander genommen jetzt und die wahrheit gewinnt am ende immer hier wird kein mohammed prophezeit es gibt die kei mohammed wird auch kein mohammed in der bibel geben und ich hoffe ihr habt euch die quellen notiert ja ich hoffe ihr habt die quellen euch notiert heute mal wirklich sehr sehr intensiv in die schriften reingegangen ja es ist wichtig dass wir auch mal sehr sehr intensiv in die schriften reingehen und darüber sprechen und ja morgen wird es auch noch mal sehr sehr intensiv da werden wir auch noch mal tief in die materie reingehen in gewisse argumente was die muslime bringen und wenn die brüder und die geschwister sich das aufschreiben freue ich mich drüber weil dann habt ihr die antworten immer parat und dann passt das auch genau ich lasse noch mal den bruder belgrad noch mal ein bisschen das evangelium teilen und dann fange ich mit jesaja 42 an ok oder belgrad let's go genau ihr habt ihr gerade mitbekommen flex hat gepredigt beziehungsweise hatte ich das scheinargument aus deuteronomium 18 15 und 18 18 widerlegt er hätte das nicht mal tun müssen aber es gibt hier viele die versuchen die bibel zu verdrehen ließ man diese bibel eindeutig den rahmen des kontextes wie ich es getan habe die ersten fünf bücher mose so wird kein prophet außerhalb der israeliten selber prophezeit da dies der ganzen schrift widersprechen würde und wir nehmen natürlich die gesamtschrift wie es allah sagt in suche 5 vers 68 wer nicht an taura und injil glaubt die gehören wahrlich zu den frevlern wir glauben daran der koran sagt glaubt an taura und injil wir glauben daran und dann am ende verurteilt die uns dafür aber das ist sinnlos also an die leute bitte kehrt um kehrt zum wahrhaftigen gott denn dieser ist das ewige leben selber wie es in 1 johannes kapitel 1 1 bis 4 geschrieben steht es ist sehr sehr interessant wenn man sich den kontext der ganzen bücher mit rein zieht dass das alles passt ich glaube an die bibel wieso glaube ich an die bibel wegen den gesamten prophezeiung den quer verweisen das kann nicht vom menschen kommen die bibel hat über 2000 jahre historie wurde von verschiedenen autoren aufgeschrieben alle sind durch gott inspiriert wie es geschrieben steht in 1. petrus sorry 2. petrus 1 21 keine weissagung wurde durch den heiligen geist ohne den heiligen geist getroffen das bedeutet alle durch den heiligen geist in 1. petrus 1 11 wird darauf aufgegriffen dass es der geist christi gemacht hat somit habe ich noch mal ganz kurz die gottheit christi bestätigt weil der geist christi als heiliger geist identifiziert aber dennoch die propheten von anfang bis enden predigen alle das gleiche die bibel kann kein zufall sein man guckt sich die quer verweise an man guckt sich die erfüllten prophetien an man guckt sich dies an man guckt sich das an man muss zu dem entschluss kommen wenn man offen und reinem herzen ist dass die bibel die absolute wahrheit von gott gegeben ist es wird nur gelogen über die bibel wenn jemand sagt dass die bibel falsch ist wird über die bibel gelogen geht jemand mit aufrichtigen herzen an die bibel ran so wird er bekennen dass christus der herr ist man liest daraus die trinität man liest daraus die gottheit christi man liest daraus dass mohammed kein prophet ist man liest den alten und neuen bund heraus alles liest man von selber heraus man soll nur mit aufrichtigen herzen die bibel lesen nämlich die bibel ist die absolute wahrheit wir bekennen ein gott wir sind monotheisten wir glauben an den vater und den sohn und den heiligen geist den einen namen gottes matthäus 28 19 erst johannes 5 7 wir glauben an den einen gott wir sind monotheisten wir christen schema israel adonai eroino adonai hat deutsche nummer im fünfte buch mose kapitel 6 vers 4 wir sind christin wir glauben an den einen gott darauf können wir uns rüben darauf können wir stolz sein nämlich wir sind christin damit verabschiede ich mich ein gottes segen flex bruder danke dass mich hoch geholt hast ich mache auch mein sport und gottes segen an alle gottes segen euch schönen Abend Papa 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 Aber dieser belgrat ich sag's euch leute der ist rapper christlicher rapper ist das der macht der macht noch etwas unsicher ich will jetzt die nummer nicht nennen aber der kerl macht es unsicher ich sag's euch leute sogar kalt komplett auf eis der es geht durch das ding ich sag's euch leute bestätigen finden wir noch mal über den thron gottes noch mal in hebräer kapitel 1 vers 8 aber von dem sohn dein thron o gott wert von ewigkeit zu ewigkeit das zepter deines reiches ein zepter des rechts du hast gerechtigkeit geliebt und gesetzlosigkeit gehasst darum hat dich o gott dein gott gesalbt mit freuden öl mehr als deine gefährten amen leute aka kastei so schnell wie abo belgrad will ich jetzt nicht reden ich kann das nicht so richtig gerne aber das reicht auch belgrad ist der reimer amen leute alle erst mal amen 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 alle ehre dem herrn jesus christus und jetzt gucken wir mal der merkwürdig so jetzt mein lieber wie geht es ja du kannst du kannst du bist du bist du bist du bist du bist du hast ich denke das spielt keine rolle du bist ja hier um den christentum hast du ja voranzubringen ich bin ich bin mir noch nicht ganz sicher und schätze jetzt ein paar fragen vom christentum okay ich fragte ich noch ein letztes mal bist du moslem oder christ ja ich bin mir noch nicht sicher ich weiß nicht woran ich glauben soll und alles gut sagen wir haben jetzt ein paar fragen da bin ich mir noch am ende ist nicht der profit sagt dass ich mir ein paar fragen nur haben wir das nicht ein paar fragen beantworten okay aus lügner raus habt ihr gesehen wie diese muslime sind das ist das was ich meine sie kommen rein und verleugnen ihre eigene religion habt leute merkt euch mal wie krank diese menschen geworden sind sie kommen rein und sie verleugnen ihrer eigenen religion leute ja ich weiß nicht an was ich momentan glauben soll sagt einfach man wird es nicht mein prophet ich weiß aber nicht an was ich glauben soll was ist denn das für eine neue taktik also dass man sich nicht schämt so etwas zu tun also du leugnest quasi deine eigene religion um zu lügen und und was bringt es überhaupt jesus christ okay okay ahmad my brother how are you doing how are you bro how are you been everything is good what about you first of all where the where the muslim want to debate with me well um they are scared my brother they are too scared but i have someone leave this leave this as a side yeah just give me a chance a couple minutes if you don't mind sure of course because you always always doesn't give me a chance to talk man haram brother haram i'm haram always my brother always have enough time to speak it's no problem god bless yeah first point second point i just want you and uh anyone specific you can you download the video of hamdi the video of hamdi which one when i smashed him cook at him cry and and they use it the brother the brothers reposted it many times where just mention it to me please because i will post it on my youtube channel my youtube channel is really famous you know okay okay so i need to uh i think uh urban urban has the video i think uh the other brothers uh yeah just tell him to send it me on a private please okay i want to post it my first third point i have a question for muslim sunni specific she i already i prove it she i approve it video anonym has the video he's here please send it to me as talk to me who's many anonymous 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 okay so i followed you uh uh anonym 43 43.0 yeah it's him it's him it's a good brother so yeah and before a couple years ago i approve it a lot of shia he has male organ and i ask a question allah circumcised or not yeah now today i will approve it allah sunni has a male organ no yes and his male organ has a children no yes and i need to know now any dawa muslim any sheikh anyone have a knowledge to tell me allah male organ is circumcised or not if not circumcised which means he's stinky he's dirty but he's circumcised we want to know the part of allah male organ where they should worship it right there is no there is no muslim who's going to come up here because they are scared my brother let me show you any arabic speaker he can read this with me this is interpretation of imam al-wahidi for surah the prophets this the book of interpretation the easy interpretation from imam al-wahidi according surah al-anbiya yeah the prophets verse 84 if we go to chapter 15 verse 150 ibn mas'ud and qatada and qatada and qatada and hassan said they're saying allah male organ has a children oh my god allah male organ has a children so now we want to know allah is circumcised or not allah guys take a screenshot allah has made organs allah whatever guys take a screenshot okay hold on now wait anonymous is taking a video anyways anonymous is taking a video oh fine he's going to send it to me yeah i want to know allah circumcised in sunni side allah circumcised or not i have five books not just only one book by the way my brother i have a very serious question i was searching for something today and i was like uh i need to take a look worker you know what those islamic websites they're doing it's so weird um they are hiding kurtobi the tafsir of kurtobi you have to go behind a different side to go inside and when i found it you cannot even find the tafsir of kurtobi it is the surah um they are doing some weird stuff it's crazy uh surah 25 verse 54 they are hiding the the tafsir of kurtobi why first of all let me tell you this my brother now in arabic side in arabic side the scholar break down the quran website website done they destroy it no more no more saudi arabia quran website done why because they're seeing we use it to expose islam they're seeing we use it to expose islam they break it down now no koran arabic saudi arabia website let me explain it in german also leute die haben tatsächlich in saudi arabien also meine familie meine vermutung war schon richtig weil ich habe tatsächlich nach einem tafsir geschaut al kurtobi und das wäre 25 54 da geht es darum dass inzest im islam erlaubt ist laut dieser surah wenn du den tafsir aufschlägst und sie haben aus der saudi arabischen seite sie haben alles runter gemacht dass man quasi diese quellen nicht mehr einsieht sie haben es wirklich down gelegt da habe ich mir gedacht so hä wieso ist die webseite nicht mehr aktiv also sie ist aktiv aber du musst halt durch die hintere tür und wenn du versuchst irgendwie durch die hintere tür an dieser webseite zu kommen denn haben sie tatsächlich diesen tafsir ausgeschaltet dass du diese quelle nicht mehr lesen kannst und das zeigt dass der islam mit lüge ist wir denken wir können wir können second point second point der scholar didn't translate anything to the english spezifical portobie barry saudi bagawi all scholars even imam ahmad if you go to sumna.com the from 18 chapters from 18 chapters they're translating only half in chapter half in book translating the other 17 and a half books of musnad imam ahmad they didn't translate why this caring from the truth second point but now i have good news for all christians i have good news for you do you know last week last week in turkey the big father of orthodox church the new big father in orthodox church in turkey he's ex muslim no he's ex muslim yes how come what happened how did he turn to jesus yeah he's before oh before like me ex muslim and believe in christ and follow the church and study it and become father now he's a father on orthodox church in and in turkey and in turkey he's ex muslim like me so now amen amen how can now erdogan or the scholar of islam will kangaroids for him wow they should unalive him because muhammad said normally yes he's a murtad so how can deal with him now yeah crazy wow murtad he is the father of orthodox church today in turkey wow 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 yeah hallelujah normally normally in the islam way especially in turkey normally he's a murtad in in this in this in this in this way yeah he's a murtad and now he's a father of orthodox church crazy i'm not so surprising do you know why because muhammad cousin he is the first murtad and he become a christian obaidullah bin jahish he's muhammad cousin yeah and the husband of his daughter husband of zainab he become a christian and take zainab with him and he run away to abyssinia and the author of revelation of muhammad abdallah bin abi sarah who used to write it down the revelation to muhammad also he left islam and he become a christian so i'm not surprised anymore wow wow yeah so if you have i i will close my camera and mute my mic and if you have any muslim to tell me i have a question on you my brother do you know the surah um 18 verse um 85 which surah give me the name uh i think i'll cuff i'll cuff i'll cuff yeah okay let me take a look i don't want to say something wrong hold on let me check i think there must be no 18 uh sorry oh my god yeah 18 it's 18 hold on which verse um 86 86 i think it's alkaf no alkaf is 8. 86 yeah surah telkaf is uh 18 bro so i am right let me see 86 what this oh he's talking about when he saw the sun came down and asleep in a well yes and the mother clay and mother clay yes hey you know what is funny i found a hadith to this this is crazy let me tell you i will i will translate to the people i just want to tell you so i found the this is sadie look how stupid this muhammad is uh tick tock sportlich look how weird this muhammad is look i was sitting behind the messenger of allah muhammad who was riding a donkey so he was riding a donkey while the sun was setting he asked it do you know where this sets listen now my brother ahmad i replied listen what muhammad said allah and his apostle knows best now listen it sets in a spring of a warm water my question is since when is the sun under the water my brother since when since when is the sun under the water can someone explain to me please islam is a joke this question destroyed islam from long time ago and do you have another hadith do you know muhammad what he said muhammad said the sun when they will sun raisin yeah the sun will gone they asked the companion do you know the sun going to where the companion said allah know the best and he's a pastor the sun the sun will go prostrate under allah's throne oh my god this is so weird yeah prohai are you allah's barbecue today yeah uh prohai are you a muslim or christian uh i am muslim i have a question i can't speak english no we have question on you flex we have a question ja was denn okay hast du deinen koran da ja okay denn immer bitte kurz den koran und machen wir sogar 18 auf okay mache ich aber ich will erst mal was fragen du kennst ja ex-armierne laut ihm und seinem bruder seid ihr laut der bibel hunde die christen wären hunde ja gut ich kenne ich kenne ich weiß auch nicht wer riese ist sorry wir deswegen machen wir weil das richtig hast du ein hund bist weil du keine jüdische mutter ist alles gut hast du deinen koran da ist das korrekt ich will das wissen ich kenne ihn nicht ich weiß nicht mal wer das ist sorry laut bibel bist ein hund weil du keine jüdische mutter ist keine ahnung was hat er gelehrt hat du keine ahnung deswegen immer bitte kurz den koran und dann akzeptierst du das wenn das so steht dass du ein hund bist du wenn das nach kirchenväter ich glaube das ist das sind die kirchenväter das steht in der bibel wer keine jüdische mutter ist ein hund okay das ist totaler schwachsinn das steht nicht da drin okay dann glaubst du nicht an die bibel alles klar doch ich glaube an die bibel aber nicht das was du sagst es ist was du das schwachsinn was du sagst ja die christen laut amir und laut resa die bestätigen sogar diesen sehr treu die 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 ja mal die hast du hast du deinen koran jetzt da oder nicht weil du das hier unten sind weil kirchenväter ich nähe das sind nicht mal kirchenväter das ist schwachsinn das steht nicht mal drin das ist totaler blödsinn wer gerne die stelle haben möchte soll mein profil geben ich habe ein video geschickt da steht auch da ist auch der vers genau drin von der bibel und wo der leser das bestätigt dass sein hund ist nein nein alles gut das sagt er aber ich glaube nicht dass irgendjemand hat mal gesagt dass es kirchenväter gesagt haben aber das stimmt eigentlich nicht also das kann ich sogar selber bezeugen aber nimmer bitte den koran ja was ist mit dem thema okay mach mal suche 18 vers 86 mal auf das ist going to be very interesting da was steht denn da ließ dies davor hast du dein koran jetzt da ja oder nein ich habe das nicht neben mir ich habe den koran aber ich stehe jetzt nicht extra du kannst du das einmal durchgehen wenn du zeit hast dann kommst du wieder hoch dankeschön dass du da warst danke so ist oft ein ja ich habe jetzt keinen bock aufzustehen aber ja liest du mal vorher wenn du keinen bock hast dann geh runter warum kommst du überhaupt hoch ganz einfach leute das ist das problem die wollen immer fragen stellen aber sie sind nicht bereit dafür ihrem buch in die hand zu nehmen ja und ihre komische lehre und ihre komischen argumente oder was auch immer was in ihrem buch drin steht darüber wollen sie gar nicht sprechen und wisst ihr warum sie nicht darüber sprechen weil sie es nicht verteidigen können meine lieben brüder und geschwister ganz einfach die können es nicht verteidigen das ist ein fakt und ich glaube jeder hier drin weiß es look ahmad let me tell you something i said hold your quran and let me show you something because you believe in your allah allah is so big so go and take your quran and let me show you something uh yeah i have the quran okay give me a second and i said okay i'm waiting and then he's talking about the bible like they always run to the bible i think you know my brother running to the bible and i said hey my brother stop talking about the bible first bring your quran and he keeps talking about the bible first ah this guy said in the religion of the christians we are dogs and blah 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 i said my friend go and take your quran let's speak about the quran so he like at the end he like oh my quran is not right next to me it's uh in the other room but i don't want to go and take it so why do you come up here all of them same all of them same but i have a question about quran yeah so who can prove it to me this quran we read it today in a physical book same quran during muhammad time why i'm saying that yeah because when muhammad died most of the arab muslims trip left islam and abu bakar and umar start to analyze the murtad deen for the other come back to islam so at that time all the quran memorizing memorizing was being killed all the author of revelation was being killed and umar ibn khattab he built it masjid and he called however who memorize one verse bring with you one witness and come to get it down in the book cool so now how come i trust i trust for example if flex came with one witness and he said i i heard this verse from prophet and write it down in quran how can i trust that those people is not liars yeah first point second point when usman ibn affan counted all the mushaf from the companion and burn it and write it a new quran so muhammad said the quran in seven letters so the usman ibn affan did he write it seven letters or one letter we want to know yeah well uh muslims are scared i mean they see you they run away they don't want to come up here because they know that they're gonna get smacked like hamdi hamdi is shia my brother he has to do he has to go ashura latam doing latam beat himself he has to beat him and then i think there's some rituals what the shia do i think it's like they're always hitting their face and and like this yeah he has to yeah what is what is that kind of ritual they're crying they're crying on hussein wow for didn't supporting and hussein wow they're painting himself like i'm beating myself because i didn't support my brother why i didn't support my brother like that you know hey man this islam is such a joke oh my god it's crazy oh my god how can people believe in in paganism and in stone worshiping kissing stones how can you believe in that thing i mean like do you know omar ibn khattab he destroyed muhammad the front of all in his face because when muhammad said black stone if you touch it or kiss it for giving your sins right yeah omar ibn khattab he came to the kaaba to the black stone and he said i know you are just only stone you are not doing anything if i did not see the prophet kiss you i never kiss you i never kissing you wow crazy it destroyed muhammad crazy um ahmad we have some ahmadia um another murtadin do you want to debate ahmadias i don't care i debate all i debate already the scholar of ahmadia the right hand of imam i debated and his debate his name abu muhammad i posted on my youtube channel in arabic language so i destroyed him yeah the biggest color of them so see you scholar yeah so new there is a guy here so see you wenn ihr achmadias eine debatte wollt dann kommt jetzt hoch ihr habt jetzt die möglichkeit hochzukommen und ich würde euch gerne eine frage stellen achmad würde auch gerne ein zwei fragen stellen also wenn sich ein achmadia traut kommt hoch du kennst du lenz diesen denk nach oder ignoriert den ich habe das gelesen ignoriert diesen kerl ein oder der ist doch nicht interessant ignoriert diesen kerl einfach hier gibt diesen kerl viel zu viel aufmerksamkeit ignoriert den der ist sowieso ein guttloser einfach ignorieren bruder der ist nicht interessant ja ihr dürft auch diesen menschen auch keine aufmerksamkeit geben einfach direkt auf block gehen gar nicht viel aufmerksamkeit geben ok oder naja das passt ja einfach blockieren raus fertig so mache ich das immer weise und dann siehst du also der kann sich mittlerweile mit christen accounts tanzig als christ kommt hoch dann fängt er wieder an mit seinem spielchen was um ja ich weiß ich weiß sie komm hoch sie kommen hoch ihre achmadia take your bible come on take your bible with you and take your koran with you and come up here i have a question a very special question ja kind gottes mein lieber dann danke dass du mir gesagt hast und gottes segen gottes reichlichen segen tschau tschau gottes reichlichen segen kann ich doch nicht ja denn wohl doch die leute hoch ist nur problem so So, Ahmad, I have also a different question between Surah 24, verse 33. Give me the name in Arabic, because in Arabic we recite by name. Oh, okay, we recite by name. Okay, give me one second. I don't have all the name on my head, so hold on one second. Oh, it's 24, yeah, I think. Because, you know why, because no, no more Arabic Quran website, so I have to look at the name. Aha, okay. Yeah, because the scholar destroyed the Arabic Quran website. I know, I know, they're hiding. Yeah. Surah 24 is An-Nur. An-Nur. Surah An-Nur, yes. Surah An-Nur, yeah. Verse 33. That is crazy. I think, okay. 23? Verse 33, yeah, 33. Let me read it. Yeah. Oh, man, man, man. It's crazy, this Surah. وَالْيَسْتَعَسْفِ فِاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنَّ عَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ let me tell you the story about this verse brother for which reason this verse came down yeah so Abdullah bin Abi Sabah he used to have girls like a servant girls beautiful servant girls and those girls used to use him in a bad way so 24 hours the customer came dingy 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 and those accept Islam so one of them she doesn't have a chance to pray she doesn't have a chance to pray because of dingy dingy 24 hours man she came to prophet Muhammad and she said oh prophet my master he didn't give me chance to pray he always beat me and send the customer so I have no chance to pray and he break down they send this verse for him after that Abdullah what he said feed your dog he will bite you he mentioned it to Muhammad because from dingy dingy money he used to support Muhammad oh my god that is prostitution that is prostitution yeah he used to support Muhammad from this money so when Abdullah heard Muhammad he mentioning to him in a verse he said feed your dog he will bite you which means like he said Muhammad is dog first point that is great second point second point Quran allowed the Muslim to have a contract with his servant to do dingy dingy because he said do not force him but you can you know you can deal with her you can deal with her 50-50 right and there you go do mata so however who said Allah forbid intercourse tell him liar according to this verse and a lot of verses so Allah he teaching Muslim to have a deal with his servant for doing dingy dingy by money I will explain it to the German viewers one second so also Leute diese Sura die ich dem Bruder gegeben habe den kennt er die Sura kennt er schon das ist die Sura 24 Vers 33 diejenigen die keine Möglichkeit zum heiraten finden sollen keusch bleiben bis Allah sie durch seine Hult reich macht und denjenigen von denen die eure rechte Hand besitzt die einen Freibrief begehren sollt ihr einen Freibrief ausstellen wenn ihr an ihnen etwas Gutes wisst und gebt ihnen etwas von Besitz Allahs den er euch gegeben hat und zwingt nicht eure Sklaveninnen wo sie erbar sein wollen zur Hure XXY ihr wisst schon im Trachten nach dem Glücksgütern des diesseitigen Lebens wenn aber einer sie dazu zwingt Leute hör zu wenn aber einer sie dazu zwingt so ist Allah nachdem sie gezwungen wurden sind allvergebend und barmherzig Amazing sehr schön Allah sagt sogar selber es ist nicht so schlimm ich bin trotzdem barmherzig auch wenn sie gezwungen wird Allah ist barmherzig Allah sagt hey it's no problem mach weiter Patsch 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 Yallah Aziz kein Problem hey ich bin Allah ich bin allvergehend mach einfach man wo ist das Problem Yallah mach Wow was ein Gott Amazing Allah 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 so viel Respekt zu Frauen Allah 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 sehr sehr barmherzig Suche 24 Vers 33 dazu noch die Erklärungen die Tafsire noch dazu ist noch viel viel schlimmer viel viel schlimmer Katastrophe Leute Katastrophe also wer an sowas glaubt also ich finde da wirklich tatsächlich keine Worte das ist echt heftig Leute also das kann man nicht ernst nehmen das ist schon heftig schon heftig naja so let's see maybe we have a Muslim here Ahmad my brother hello wir hören dich sehr sehr gut jetzt legst du legst gerade immer noch Bruder jetzt nicht mehr bist du Muslim oder Christ ich bin Isid Bruder oh ok ok was bringt dich heute hierher ach so ich kenne dich ja schon länger Bruder schon sehr lange ich habe einen TikToker gesehen auf hier TikTok da ist Lumetrix der ist gerade irgendwie konvertiert zum Islam und Bruder vielleicht kannst du den ja irgendwie retten weil ich habe das Gefühl dass der dass der den richtigen falschen Weg geht Lumetrix heißt der genau ist ein ganz junger und genau Bruder ok wie ist er überhaupt zum Islam gekommen ich weiß es nicht ich habe nur jetzt ab und zu seine Streams geguckt und da reden die ganz viel darüber dass man als Moslem alle anderen Religionen hassen muss und ich habe das Gefühl der wird langsam echt so richtig in die falsche Richtung gebracht weißt du ja das Problem ist du kann es ist schwierig mich mit so jemanden zu unterhalten weil würde er sich Gedanken machen ja man soll sich auch Gedanken machen was man da macht weil du kannst nicht einfach eine Religion folgen wenn du diesen Gott gar nicht kennst du musst doch erstmal diesen Gott erstmal kennenlernen ja genau es ist ganz gefährlich einem Gott zu folgen der eigentlich so gut wie der Satan höchstpersönlich ist also ich verstehe manche Menschen nicht du musst halt anhand der Schriften du musst dir erkennen du musst dir verstehen was du lesen tust du kannst nicht einfach einem Gott folgen und sagen ja du musst gucken wen du da folgst genau das ist das Prüfen ja du musst tief in die Schriften reingehen um zu gucken was da wirklich ist und wenn wir jetzt nach dem Islam gehen das ist das ist ein muslimischer Gott das ist ein muslimischer Gott ja das ist ein Gott das ist sorry also das ist kein Gott also ein Gott ein Gott der sagt dass die Sonne unterm Wasser ist also wirklich alle Ehre dem Herrn aber seit wann ist die Sonne unterm Wasser ja oder ja hast du auch recht ich muss auch schon Allah sagt den Surah 18 den Vers will ich noch nicht preisgeben dass die Sonne unterm Wasser ist was ist denn das seit wann ist die Sonne unterm Wasser ja das ist auch so Mohammed sagt sogar selber in einem Hadith die Sonne ist unterm Wasser unterm warmen hä wo ist der Sinn dahinter ich gucke dir weiter dazu ich bin erstmal von hier oben weg dass du bescheid bist ja kein Problem ok mach's gut mach's gut mach's gut mach's gut mach's gut so Ahmad my brother that is what I'm telling the people how can you accept Islam when Allah when Allah and whoever and Mohammed saying that the Son is under the water seriously everyone who reads this everyone who reads this will leave Islam I'm telling you exactly let me support the interpretation of Surat Al Noor 33 with Hadith from Sahih Muslim if you open it now and save it with you Hadith number 3029A hold on 3 wait Sahih Muslim Sahih Muslim yeah Sahih Muslim wait 3 3 0 0 0 2 9 29 A isn't apple okay I have it here I have it here save it with you this is interpretation of the verse for which reason look at it no this is the interpretation of the verse yeah yeah even Sahih Muslim I can give it to you from Albani I will give it to you I have a lot but read this Hadith you will laugh this is for Surat 24-33 right yeah 33 yeah 24-33 read the Hadith let me write down the source hold on because I always you know combine those those Hadith so I know what to say when I speak okay so I'm gonna read go and fetch something for us by committing prostitution wow it was in this connection that Allah that exalted and glorious revealed this verse and compete compel not your slave girls to prostitution when they desire to keep chaste in order to seek the frail goods of this world's life and whoever compels them then surely after their conclusion Allah is forgiving and merciful really it's not 100% correct the translation in Arabic under the English look in Arabic in Arabic he literally told you this verse came down because Abdullah bin Ubayy ibn Salul he has a servant girl in Arabic he said that and he used to send her to commit adultery to make income yeah and for that the verse and we have it in Arab website this hadith those two girls even in Tafsir Tabari if you open Tafsir Tabari the Mas'ala number three he said literally let me show you here both servant girl right came to Muhammad and they asked him please prophet Muhammad can you talk with our master he always 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 want to dingy dingy so the servant and his authentic hadith according Jabir he said the servant of Abdullah she's name Musayka she's name Musayka she came yes she's name Musayka and the other so two servant girl came to Muhammad and they asking him prophet Muhammad our master always push us to commit adultery always always can you speak with him so at that time Allah said down this verse he said do not force your slave girl to commit adultery but he did not said this forbid is haram which means he can make contract you know open company with five six seven servant girls and open a house to adultery no problem business make income no problem but don't force her Allah didn't said never do adultery no he said don't force but you can't deal with her yeah but don't force that is great yeah okay musa hello you speak german or english yes ok so are you a muslim yeah alhamdulillah i'm a muslim alhamdulillah you're a muslim you're saying yeah alhamdulillah okay what kind of nationality are you if i may ask so i'm from gambia alhamdulillah you're from gambia yes why are you a muslim why am i a muslim yeah yeah because um i know because it's god who brought me in this world and um i have a reason of coming on it's only allah and only prophet muhammad was bringing the quran for the people who is muhammad who is he who is muhammad it's the prophet the prophet are you sure he's a prophet he's a prophet 100% 100% 100% what if i show you that your prophet has no knowledge what do we do then do you convert to christianity obviously i learn about the prophet and i know it's allah um because let me tell you one thing so he said he's a prophet but we want to know prophet from which side from a prophet from all he's the only from whom from who from who from everyone you know either from everyone so everyone sent muhammad as a prophet what what so you said muhammad the prophet from everyone so which means everyone even the devil sent muhammad yeah muhammad prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam no it's it depends on what you believe so who who sent muhammad as a prophet the quran and the quran is not a lie that so one can fabricate there is no fabrication in quran musa who sent muhammad brother yeah who sent muhammad as a prophet who sent muhammad as a prophet who allah subhanahu wa ta'ala when allah subhanahu wa ta'ala yeah when when he sent him when did he when did he send prophet when yeah when he he prepared muhammad to bring him to the world to um so the people what is din so when when i said when he sent him brother musa you must understand the question when when he said when he sent prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam i cannot tell you the time he sent him but i know what i know i'm not saying the time it's only that i can go to the book okay so okay let me make it easier for you brother he sent prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam let me let me make it easier for you brother musa yeah so do you think that god he can send someone pagan idol worshiper yes what no again i don't understand you quick so no no i don't understand let me come again come on let me come again do you think god the creator can send idol worshiper as a messenger no 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 he didn't send prophet us because the time he prayed for muhammad sallallahu alayhi wa sallam brother i'm not asking because i'm not asking i'm just telling you what was happening because he told but just it's easy yes or no it's yes yes i'm not asking about quran now i'm not asking about quran now we will go to the quran yeah but i'm asking easy simple question logically it's common sense do you think god creator can use and send pagan polyethyst idol worshiper as a messenger yes or no but muhammad was not a pagan no answer now yes or no no yeah no i don't i don't no which means muhammad which means muhammad is not messenger of allah thank you so much is is you know of allah let me prove it to you you said no you said god never use because prepared only with you the word you use so do you say do you say okay wait a minute let me come again let me come again that's what i my brother what i believe musa 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 don't get me wrong but you have to learn when one guy is speaking when one person is speaking let him finish okay i will listen i will listen okay because if you interrupt if you interrupt him most of the time he cannot finish his words okay i will listen i will okay so let him finish and please wait take a break we want to help you as a brother and we will prove to you that islam is from satan come on come on yeah musa musa you have to listen i i want to tell you something okay yeah um you are our black brother in adam you are our black brother so we just want to help you and prove to you that islam is satanic islam has nothing to do with god and we want to show to you because the guy that you're speaking to our brother ahmad he's the ex-selefi murtad my friend he knows best so he knows much more because he is out of this religion but he can just come on and tell me because i want to know musa musa so listen then okay i'm listening let him just come on ahmad i make you big my brother yeah okay yeah okay my brother musa was all due respect when we called god creator the creator he never use never ever use bad people never use pagans polyethics idol worshiper as a messenger under his name are you agreed with me no i am not i am not with you simply because of what we said with my prophet muhammad sallallahu there i am not with you because i didn't talk about muhammad yet brother in general what is pagan what is pagan what is pagan pagan meaning okay let me explain it to you pagan meaning however who worship statue worship other a lot of gods worship maybe money maybe worship anything besides creator so now the question do you think the creator god create the world can use some pagan idol worshiper as a messenger under his name but your question should i answer should i answer should i answer yes answer okay your question is god will never use that and i will tell you also god never used a pagan or or whatever maybe the belief or whatever you will say here i know muhammad if we are using that one that's what that is not the example of using and also isn't a pagan why do you guys always every word muhammad they're asking allah and angel to pray to muhammad but if now my brother musa yeah with all the respect if i prove it to you literally from quran and sunnah and authentic hadith yeah and interpretation of the quran muhammad he was pagan idol worshiper till he died you will continue follow muhammad or you will lift this pagan religion wallahi billahi i will continue worshiping allah subhanahu wa ta'ala and i will believe that it's so allah even if you found now musa even musa even if you prove it listen to that question alhamdulillah listen to that question musa even if i prove it from quran and sunnah and authentic hadith muhammad is pagan statue worshiper you will continue follow muhammad i will continue follow muhammad why why i'm not going to hell fire what you the hadith what you want quran quran authentic authentic quran hadith let me tell you i said quran we have we have different hadith it's not they are many hadith they are not according your scholar according your scholar because you attacking this i can tell you just go to the quran if you go to the quran and you prove me where a verse we tell you that muhammad is this then i can have a belief just go to the quran but listen because many hadiths are not authentic hadiths you will not prove me from hadiths did you pray did you pray yeah alhamdulillah i pray how many times five times and i make i pray five times how do you pray how do i pray like that right yeah and reciting every every time every rukai you reciting and you're right yeah can you prove it this from quran what should i prove prove to the quran how many times you pray and how to pray and how to five times i pray five times where where in the quran is written show us prove it yeah where in the quran where in the quran what where in the quran yeah do you know how to pray how many times do you have to pray in the quran it's only five times okay where is it written in the quran can you show us where is that written in the quran my brother you see you have no knowledge about your own book i have me as a christian me as a christian hold on hold on hold on my brother let me speak and i'm not in also because i'm only a servant of allah and i'm a servant that but i know how to pray alhamdulillah and i know also how to read the quran but what i know also is that there is no authentic hadith musa 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 come down come down there is nothing okay i will give you one verse in quran if you explain it to me without hadith i will take my shahada ready yeah cool open with me chapter 33 verse 37 surah al-ahzab 37 go ahead i don't i i i don't have my quran here but i allah said i memorize it i memorize it allah said in surah al-ahzab chapter 33 verse 37 who is zaid no but let me tell you one thing let me tell you one thing you can wait 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 you can sew a vase and you just how to call it you explain how you want it you know this is no no i want to know who is this guy no 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 i never explain brother i can say bismillah and i will explain mr musa musa i didn't explain it musa musa just come down i didn't explain it i just recited the verse yeah and i ask you who is this guy in this verse his name zaid who is this guy that's what i'm saying who is zaid can you tell me who is zaid because allah said for you what do you want to explain here because of you not explanation i'm not asking about explanation no sir understand it's just a mother of saying i just want to know allah wait 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 allah he talking about one person in quran his name zaid who is zaid allah written down his name in allah book who is zaid that's what i'm saying that's what i'm saying i also want to ask one question no no not also i want to know because you denied sunnah musa you denied you reject sunnah and you become kafir literally because allah said allah said in quran however in surat an najm however the messenger the messenger gave it to you take it first second surah also allah said muhammad he did not said anything from his own everything is revelation from allah anything muhammad said that is revelation from allah which means according quran you become kafir you denied you denied rejected muhammad hadith who is in you whom you have from god so you're not your own abdul abdul genuine assalamu alaikum assalamu alaikum calm down abdul can i actually one by one uh musa musa wait abdul sorry akhmad abdul yeah okay are you a muslim or christian no i am muslim okay so just mute yourself i just want them to have the conversation and just mute yourself for a second please okay yeah thank you thank you sorry akhmad no problem habibi god bless so mr musa you didn't answer the question yet yeah but i want to ask few questions because you denied sunnah you become kafir you have to repent to islam astaghfirullah and take a shower and pray you have to do tawbah you become kafir now why am i a kafir because you denied allah revelation no 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 how how well i deny because okay let me tell you abdul can you bring your quran how can you just tell me that i deny i will prove it to you just mute yourself and let's see abdul abdul do you have a quran yes i have quran can you open with me certain najm yeah i am not the star and i have question to act that is why in your language in your language but for me even in your language just read it i want to ask you a quick question just read it i say i'm not a scholar i want you mister i want you to read two verses verse three four i want to ask you i want to ask you i want to ask you your belief are you so now we're talking about allah and muhammad yes i want to know exactly what i wanted to ask i wanted to what is your belief so why you're allah racist why you're allah racist why you're allah he will put you on a hellfire because you have a black face why because of because if you do bad anyone no allah is not bad any color no matter who color you are if you do bad then you go to hell so why allah so why allah he will put you in a hellfire because you have a black face that's his lie open quran with me it's not there it's not there it's not there it's not there let me give it to you all is i want to ask you what is your belief first i want to know are you christian or what okay so open surah al-amran i want to ask you you don't answer i want to know your belief your own belief i want to ask you your own belief i'm a christian mister so now open chapter 3 verse 1 i want to ask you i want to ask you something now i don't think i don't think i don't think christian that a believer for me can you mute him i want to say something yeah adul guys one second ahmad abdul yes if you are not a scholar and if you're a muslim you're taking a shahada you believe in a god that you don't even know and you're i know him i know i can read the quran i know how to pray five times a day let me speak i know how to pray five times a day i know i can't islam i know about my belief but i'm a scholar okay i'm a preacher let me speak let me speak you guys what is wrong with you guys you don't even let people speak because you are intelligent that is why let me finish my sentence please let me finish what i'm saying you guys don't even have manners man if someone is speaking learn to take a break learn to take a break and let us speak and when we finish you can speak what is wrong with you guys did you did your family why you want to ask me questions you don't allow me to ask you questions me also if you are christian i want to ask you you also questions he literally prove it he literally prove it those both literally prove it islam not for the people islam only for scholars yeah so literally they're proving because they didn't know the quran no they didn't read the quran that is wrong they're rejecting allah revelation no musa can you read for me chapter 3 verse 106 quran but answer my question what believe what do you believe what or what give me a sign if i should throw the people out just give me a sign hello musa chapter 3 verse 106 can you read it for me please no but before we go to that i definitely want to know what do you believe i believe the creator jesus christ who create allah and muhammad and all universe according quran who create who create who do you believe jesus jesus he created who is jesus your god he created you and created allah yes jesus he is the creator who is jesus he created allah and created muhammad and created you and created all universe from the quran okay but now you know the creator do you have a quran open with me what is jesus you ask a question you ask a question let me answer okay come on man okay answer open for me chapter 3 verse 49 no but i want also to i want to know yeah i'm proving no i want to know i'm proving musa musa habibi you ask a question you run away from my question to know something before we move so you run away from my question no problem and you ask me question even from your question i'm just asking question yeah i'm answering yeah i'm answering but you're running away from my answer i'm not going no i'm not going i'm answering but you didn't let me to answer you scared from my answer no why so let me tell you this i'm asking let me tell you this musa musa let me tell you this do you believe word of god created or creator do i believe what word of god created or creator i believe word of i believe the word of god he is a created or creator word of god no i don't know what you mean but i believe the word of god so allah create his word and his word but not certain hadiths what create by maybe listen 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 musa if you pay attention you will understand okay don't manifesting just pay attention okay okay so brother allah word when allah said be to be when allah spoke that word word of allah is created or uncreated which word is that i only do know the quran for example quran for example quran quran is word of allah right he is not here he is not here he is not here hey they got jibril in their mind they are not even listening hey he is just we are speaking we are talking we are talking to him this is not normal Ahmad this is crazy what is wrong here we are speaking to him he has a junkie he has a junkie this is crazy Ahmad i think peer's admission must be a muslim i think so if you want to have a a conversation with him he i think are you a muslim pure submission yes how are you brother pure submission i'm good are you call yourself sunni or shi'i or qur'ani muslim quran alone quran alone good alone only the quran yeah beautiful beautiful can you read for me first chapter in quran first chapter english please english for the audience understanding mr pure submission english please we are not in arabic side go ahead in the name of allah most gracious most merciful praise be to god lord of the universe most gracious most merciful master of the day of judgment you alone we worship you alone we ask for help guide us on the right path the path of those you blessed not of those who have deserved wrath nor the path of the trails okay the question is this is who's speaking here in first chapter this is the answer to iqra read read in the name of your lord who's speaking here so who's speaking here i am about to answer that i said before came down to the muhammad before came down to the muhammad i said i'm about when you see where you see now this verse now brother you're just gonna let me answer you you said who is speaking i heard you 287 people heard ultimate ultimate come down ultimate come down yes i know i know so the question is who is speaking speaking here i heard i want to answer you before before revealed to muhammad are you choking already years of mission let him finish years of mission let him finish he asked the question who's speaking here ultimate he asked the question oh now you're coming me off the question is clear who's speaking here there you go they're gonna run guys why'd them run just say mute yourself you said who is speaking here i want to answer the question go away black go away black go away black okay mute yourself because you're shouting a brother a brother am i shouting guys am i shouting just kick him out just kick him out i run boy this handicap this handicap just kick him out kick him out yeah you're gonna run boy you're gonna run this handicap on shopper brother i used to deal with him a thousand times and last last conversation with him i make it thousand and two hundred person online laughing on him literally i use my stick i use my stick to teach him how to read quran he came from fake account he think i never catch him no we are christian not like muhammad yeah right he doesn't know how to read quran he doesn't know he denied muhammad hadith denied everything came from muhammad side and he accept quran so you used to deny quran too and always manifesting interrupting always is not serious so we need someone looking for the truth serious right we can have a conversation with them yeah absolutely because the people we had they are pretty like a little bit weird so if there is someone who wants to have a normal conversation and wants to listen and have a normal debate can come up if not i would really read something very beautiful from the bible and then i let my brother ahmad i have also a very serious question on my brother ahmad and then we continue so i'm gonna make myself big we go back to the bible for two or three minutes and then we continue so genau meine lieben geschwister brüder alle die hier drin sind i love you guys so we have some 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 was ganz ganz schönes das wollte ich euch einfach mal vorlesen psalm 91 leute wer unter dem schirm des höchsten sitzt der bleibt unter dem schatten des allmächtigen ich sage zu dem herrn meine zuflucht und meine burg mein gott auf den ich traue ja er wird dich retten vor der schlinge des vogelstellers und vor der verderblichen pest er wird dich mit seinen fittichen decken und unter seinen flügeln wirst du dich bergen seine treue ist schirm und schild du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem schrecken der nacht vor dem pfeil der bei tag fliegt vor dem vor der pest die im finstern schleicht und vor der solche die im mittag verdirbt ob tausend fallen zu deiner seite und zehntausend zu deiner rechten so wird es doch dich nicht treffen ja mit ja mit eigenen augen wirst du es sehen und zuschauen wie den gottlosen vergolden wird denn du sprichst der herr ist meine zuversicht den höchsten hast du zu deiner zuflucht gemacht kein unglück wird dir zustoßen und keine plage zu deinem zelt sich nahen denn er wird seinen engeln deinetwegen befehl geben dass sie dich behüten auf allen deinen wegen auf den händen werden sie dich tragen damit du deinen fuß nicht an einem stein stößt auf den löwen und die otter wirst du den fuß setzen wirst den jungen löwen und dem drachen zertreten weil er sich an mich klammert darum will ich ihn erretten ich will ihn beschützen weil er meinen namen kennt ruft er mich an so will ich ihn erhören ich bin bei ihm in der not ich will ihn befreien und zu ehren bringen ich will ihn sättigen mit langem leben und ihn schauen lassen mein heil amen 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 da das psalm 91 psalm 91 alle ehre dem herrn jesus christus jesus christus ist gott jesus christus ist das lamb gottes jesus christus ist der der kommen wird und richten wird jesus christus ist unser gott das lamb gottes das sich entäußerte mensch wurde unsere sünden getragen hat wunder vollbracht hat prophezeit hat das ist unser gott und an dem glauben wir alle ehre dem herrn jesus christus amen alle in den chat leute alle ein amen in den chat leute ähm genau jesaja 42 machen wir auch noch ne aber wir machen heute ein bisschen äh remix ihr wisst ja ein bisschen remix remix let's go remix remix und leute ich wollte euch einfach nur sagen ähm ich liebe euch wirklich für diesen support mega 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 und äh ganz ganz viel liebe an euch gott soll euch segnen gott soll euch bereichern und ähm eure familien sollen gesund bleiben und ähm das ist das ziel leute ja i love you guys ja malko danke 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 so my brother ahmad we continue um i have something very interesting you know the tafsir no not the tafsir the surah hold on i'm gonna show you what i am trying to show you something so i'm gonna give you the um surah al-araf i think you know it i'm gonna make you big so uh you can have the big screen do you know surah araf uh 54 verse 54 ahmad are you there okay i think ahmad is yes brother just my my baby with me no problem so surah al-araf 54 he talking about there there is big big mistake in the quran according this because now if you open here he said allah he created the heaven and earth in six in six days right yes and he established on his throne cool yeah can you open with me now surah let me see what chapter surah that is 11 7 surah hood hood no no i'm saying i'm giving you different surah now now you give it me surah till araf correct cool now can you go to surah fussilat starting from 9 till 11 9 till 11 fussilat that is 49 41 sorry so that is 41 okay yeah that is fussilat so yes we know that Allah says he created the world in six days but now please my brother Ahmad what is 4 4 plus 2 i'm not so good in math you tell me yeah yeah brother in surah fussilat 41 he literally proved Allah created the earth and heaven in 8 days yes so which one is correct but also also not the problem here the problem in surah fussilat 9 i believe he said after he created the earth and everything include which means he created the tree fruit animals fish everything and after that he fly to the heaven and create the stars include the sun so now the day in Allah each day in Allah just a second absolutely each day I think we have each day if you focus with me this big demolition to Allah and Quran so in this question I asked to the scholar high scholar Egyptian scholar since 2013 and they couldn't answer four scholars I destroyed them and I have record in Egypt so here Allah in Quran he said in surah al-ma'arij 4 he said which means the angel will come down and come back to Allah takes 50,000 years each day in our time cool Allah first day he created the earth yeah right second day two days create the earth after two days also create everything include inside earth like heaven sorry like mountain like fruit like trees animals everything correct for two more days for two more days B we have a 50 and 50 which means we have a thousand years he created the earth only and we have a thousand years he created everything inside the earth there is no heaven there is no sun there is no moon there is no stars so how come the Muslim today convinced me the animals animals fruit trees everything can live without sun more than 100,000 years 100,000 years because each day 50,000 years right so Allah after he create everything on earth he fly jumping the sky after that in two days he creates everything in heaven so we have two days left which means we have a thousand years because each day 50,000 years 100,000 years we have two days 100,000 years how come how come Muslim convinced me today the earth everything on earth like a fruit tree animals fish bird everything can live without light without sun for 100,000 years that is what Allah is saying yeah in Surah Fussilat in Surah Fussilat let me give you the chapter of other for you know each day how much okay yeah what are in Surah Al-Maharij verse 4 Surah Al-Maharij is in chapter which chapter let me see which chapter yeah I need just a number chapter what verse yeah bro they're destroying the Quran Arabic website I know bro I know they're they're finishing everything they're like no there is no more there is no more Quran Arabic website wow crazy what is about Quran x point di or com they don't have it wow crazy wow yeah people in the Arabic areas they're currently the whole websites down they're in Saudi Arabic websites everything schließen damit man ja nicht den auf die fährte kommt das wahnsinn leute das ist krass das ist wirklich krass leute das ist eigentlich schon traurig weil eigentlich sollten die leute wach werden und erkennen das ist eigentlich falsch man kann es nicht jedem recht machen das crazy chapter chapter 70 chapter 70 0 70 yes verse verse number 4 marriage okay verse number 4 es steigen die engel und der geist zu ihm auf an dem tag dessen aus was 50.000 50.000 years in our time one day in allah time that is in our time 50.000 years so now how come if you go to surat al-fussilat 41 can you read from 9 to 11 wait one question how do they come above 50.000 years how come what is that type of calculating what is that let me give you the bomb so when allah thinking to send message with gibreel to muhammad right he send the message before create muhammad 50.000 years and gibreel he came and he took him in a cave read what I should read read what I should read and he left back to allah right so which means now gibreel needed since muhammad time till 50,000 years till gibreel came back to allah to bring another surah so now we waiting gibreel to arrive allah spot for and more 50 another 50,000 years till gibreel came back with next surah crazy wow so this quran made from whom so that means if gibreel is going back to allah he needs in this world where we are he needs 50,000 years that is crazy so that means allah is limited allah is limited hello wow that's crazy also allah is beschränkt wahnsinn all god is one yeah hello are you a christian or muslim ja ich habe eine frage du bist ja christ und da wollte ich mal frage christian das my question ich bin ein gott wie wir mal zu bist du muslim oder bist christlich christlich ist es sich ins auto zu setzen und wiederholt jemand eine nackentherapie verpassen zu wollen bist du muslim oder bist du christ beantwortest du nicht auf meine frage bist du muslim oder bist du christ ich für dich jetzt moslem ok ok und was willst du jetzt ich wollte fragen wie christlich es ist wenn du dich in ein auto setzt und eine physische auseinandersetzung mit Ja, das ist eine gute Frage. 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 Oh, okay. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Okay. Das ist eine gute Frage. Ja, aber wie gesagt, merkt ihr das? Ja, du hast einen Körper, du hast eine Seele, du hast einen Geist und das gehört ja zu dir. Das ist ja nicht voneinander, du bist ja von deinem Geist nicht getrennt. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, 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 das ist eine gute Frage. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, du bist gegen Rassismus, oder? Nein? Sister, ist ein Muslime, in Scha' Allah. Ja, brav. Ja. Bei der Götze, ich bin ein god. Ja, ich bin dein Gott. Okay, so. Also, hören wir kurz zu. Wieso haben eigentlich diese ganzen Leute da so Chimpansen-Embleme bei dir mit deinem Namen da drin? Soll das ein Gorilla sein? Willst du Ronny Coleman darstellen oder wie? Für Arme? Was ist los Flexa? Weißt du eigentlich was zwei Ohrringe bedeuten? Weißt du was die Deutschen dazu sagen würden? Ziemlich vom anderen Ufer. Flexa, solltest man nicht die linke Wange hinhalten und dann die rechte? Hast du das bei Holi verpasst? Der Dämon? Sister, do you speak English? Sister, do you speak English? Ja, I speak English. For you, I speak English. Sister, are you Muslim, inshallah? We speak every language. I'm no Muslim, I'm no Christian, I'm your God. If you understand? You are a God. If you understand? Can you? Can you? Yeah, I have a question for you. You are a God, right? Shave your face. Sister, calm down, sister. Shave your face. Calm down, sister Habibti. I love you, sister. Come down. You look like an old ugly man. You look like an old ugly man. Sister, just calm down, sister. Why are you angry? Angry? Yeah, why are you angry, sister? Why was your old in Babylon? Wow, beautiful. Yeah, I have a question, sister. Why are you angry with Babylon? You have children as Babylon? I have a question. Sister, sister. You have children as Babylon? Come down, sister. Come down, sister. Come down. I love the insecurity. Yeah, just calm down. Calm down. I have a question, sis. Sis, can you tell me? Can you tell me? You coming from where? Who made it? You came from where? From fire and then from heaven. You came... where? From where? From fire, from prior, then from heaven. From fire? Then from heaven. Do you have a lighter? Do you have a lighter? Lighter? Yeah. Do you have a lighter, lighter, not ladder? Yeah, I'm on the top. Yeah, I'm on the top. Sister, I'm not saying ladder. I said lighter, lighter. Light, lighter. Lighter. Germany. Light of Germany. Do you have? No, 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 no. Oh, all good, Ahmad. All good, Ahmad. All good. We just focus on the little baby. We all fine. Uh-oh. Uh-oh. No, no. I don't focus on babies or children. You come online and have your children in the background. Shame on you. Why, sister Habib atual? I'm not asking for- Play with your child. Hey, why do you- Why do you have your child? What, why do you have your child? Sister, come down. How much? Kind of what? How much? How much per hour- Play with your children? How much per hour- Good hour? sache sagen ja ich hoffe du hörst mir gut zu ich habe zwei ohren sehr gut ich habe auch zwei rechte hände ich möchte mit dir ein respektvolles gespräch führen tatsächlich ja was ist in der vergangenheit passiert was in der vergangenheit passiert ist ganz normal ich rede ganz normal mit ihr ohne dich anzugreifen gutes leben was noch mal mit ein relativ gutes leben okay die vergangenheit mit dir und mir zu musst du tust du mir tust du mir bitte nur eingefallen kannst du dir bitte ein t-shirt anziehen ja bitte aus respekt einfach bitte ein t-shirt ich warte ist doch das ist doch eines nein sie dir bitte einfach eine t-shirt dann bitte aus respekt vor wem die teilweise jimpansen embleme drin hat kannst du kannst du bitte nur eigentlich schwarze mit affen gleich ja beantworte mir doch mal die frage ich würde gerne dass du ein t-shirt anziehst bitte aus respekt haben affenklamotten an wieso setzt du schwarze mit affen gleich was ist für dich ein affe kannst du mir das erklären ja zum beispiel die emblemen diese abonniere embleme die man dann bekommt da steht dann flexer und dann ist da so ein schimpans oder so ein gröner gesicht okay und was ist was ist eine halbe community hat doch sowas was ist denn was ist denn ein gorilla für dich wenn ich dich fragen darf ja so ronnie coleman sieht aus wie ein gorilla sah okay hat ein gorilla läuft ein gorilla wie ein mensch läuft ronnie coleman noch wie ein mensch beantworte mir bitte meine frage läuft ein gorilla wie ein mensch kann er nicht er kann die frage ist läuft ein gorilla sagen kannst du auf alle vieren laufen kannst du auf meine frage eingehen ein gorilla kann auf zwei beinen laufen hast noch nie gesehen guck mal guck mal an die gorilla gegeneinander kämpfen ich habe dich kurz gemütet ich habe ich meine ok sehr gut meine frage an dich was ist mit dir eigentlich passiert über die jahre über die jahre ist alles gut ja was ist dein ziel was ist dein ziel irgendwann nemesis wieder zur erde lebst du alleine hast du familie hast du irgendetwas ja 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 ich habe natürlich auch noch kontakte nach draußen du nicht oder wie ich versuche gerade normal mit dir zu reden ich weiß nicht ob du das gecheckt hast ja ich versuche hier auch ein ganz normales bespräch mit dir zu führen okay was ist dein problem jetzt bleibt doch mal locker was ist denn dein problem mein problem ja kann ich dir behilflich sein kann ich den irgendwann ein problem warum was ist denn dein problem die ungläubigen welche ungläubigen alle die nicht zur atelante gehören warum siehst du dich denn als gott weil das sagst du sehr oft weil ich der letzte teil der trinität bin sister she is so rude nervous and angry i don't know why you know you know what is the problem i feel very sorry for people like him i feel very very sorry i mean it breaks my heart because um i was trying i was really trying my best but it breaks my heart i'm gonna be honest when he said he is the trinity it broke my heart it broke my heart so bad because he said he is the trinity wow 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 that that broke my heart that has nothing to do this this must be the the word the the work of of demons something else i don't know this is crazy ahmad my brother this is crazy wow this is crazy wow well let's bring the next guy up service service my lieber bist du muslim oder christ ich bin muslim okay all right kannst du englisch so we have a muslim here and i think we can ask him questions maybe he's someone who wants to understand and uh i would really love to speak about hold on let me see if we can find it wait did i even note this surah surah 41 and surah 70 yes i noted it okay so hold on one second one second most merciful okay okay so ahmad are you there yeah you can speak with him ex bist du araber kannst du arabisch leider nicht was bist du für ein landsmann ich bin kurde du bist kurde yeah okay um ahmad do you know the hadith where um muhammad calls the um the kurdish people jins do you know the hadith i would be very happy yeah so i have couple hadith not just only like that okay let me tell you first of all muhammad he disrespect the court and one guy from uh other nation he came aisha she said the court came to muhammad and muhammad said leave him away i don't want to see him bring the other guy first and umar according muhammad he said the court son of muta adultery why because the prophet sulaiman he took his servant ladies with him in some iceland so the jinn came and had intercourse with this servant and the servant gave a birth and those babies called him kurt let me pull it up here let me pull it up here so ich wollte nur ganz kurz noch was hinzufügen an ex warte mal wie heißt du ex wie sollen wir dich denn nix einfach ex okay wir werden dir einfach nur zeigen oder beispielsweise die frage ist warum nimmst du eine religion an warum hast du nicht richtig nach weil du sollst schon wissen der muhammad beleidigt türken der muhammad beleidigt ebenfalls auch kurden bist du ex jeside warst du mal hier sehen ob bist du jeside oder warst du ich weiß nicht ich bin also wie sind jesiden gewesen ja speak kurde brother ex no ich mal kurdisch kann kein kurd oder ich bin leider i learned i learned kurdech i can speak kurdech if you want he can't also speak kurdech oh man ich kann nur türkisch leider auch mal die ist mit türkisch not actually because my friends is kurdech neighbors and i learned kurdech war ex eine frage warum lügst du mich an du kannst kurde schon sagst du kannst es nicht kann kein kurde ich schwöre auf alles haben sich anliegen oder sonst würde ich damit jetzt kurde sprechen du kannst kein kurde ich kann wirklich kein kurde es gibt viele jetzt gut wie geht es hier oder ich muss kein kurde reden können das ist doch kein muss der aber türkisch spricht aber kein kurdisch das ist sehr komisch viele viele sind so hier in deutschland leider weil wir nicht so viel kurde sprechen bin ich ehrlich viele kurde das höre ich zum allerersten mal okay mein bruder ist aber neben mir er kann perfekt fließend kurde ich zum beispiel weiß ich meine ja okay ach mal will dir was sagen ach mal schochen aber ich wollte eigentlich was ganz literate together from mention it it was mentioned that omar no hot pot police be upon him narrated from the prophet from who see here from the prophet also peace behind him that he said who said the prophet he said the kurds the generation of the jinn revealed to them the jinn revealed to them the kaffir but they called the kurd because that is because sulaiman peace be upon him when the hindi he conquered them ad of them and inhabited and iceland and iceland so the jinn came out of the sea so they carried them and he carried 40 of them so he told sulaiman of this so he ordered them to leave the iceland to the land of parisia 40 boys and when they increased and took corruption and cut off roots so they complained that to sulaiman and he said hernet them to the mountains so they called that kurds which means sulaiman so sulaiman he has a 40 servant girls took him with him in iceland so when he leave him on iceland the jinn came out from the sea and had intercourse with those 40 servant and the 40 servants carried babies in a belly and they gave it birth those kids called him kurz according mohammed so which means the court came from adultery between jinn and servant girls according mohammed also um um das ganz kurz und knapp zu erklären diese babies die quasi entstanden sind sind von den jinn entstanden deswegen sagt der islam dass die kurden jinn sind deswegen frage ich dich das ist sogar so ex ich habe eine frage wie kannst du denn als kurde eine religion akzeptieren wo mohammed sogar klar und deutlich sagt dass ihr durch jins entstanden seid und wie kannst du denn sowas an wo ist die deutsche übersetzung dafür kannst du mir das zuschicken oder wo soll ich da die deutsche übersetzung ich muss mir das mal kurz auf deutsch durchlesen ich höre dich nicht ja okay let me ask you this let me ask him this question a brother in which language he praying to allah please wait brother you can wait please i must look for this was yes brother except um if you go to my bio you can found my telegram and my whatsapp too just send me any message i will forward it to you thank you brother thank you yeah brother flex can you ask the occurred which language he prayed to allah yeah um ex eine frage ahmad flieger gerade auf welcher sprache betest du denn noch mal was arabisch ja aber du kannst du ja das stand arabisch du an das stand arabisch ein anders denn dort habe ich wie groß koran ist ja bei am 1 ging ich verstehe kein arabisch aber man kann ja die sachen übersetzen zum beispiel die surren und die ganzen dings aber wenn ich wenn ich zu gott bete zu allah dann spreche natürlich oft bete zu türkisch okay so he said he doesn't understand arabic but he can always translate so that is what common niche of our good which means which means according according quran you are not arabisch right i'm not arabisch cool which means islam specifically muhammad is not your messenger according quran because in quran allah said he sent messenger to every nation from their own tongue and you are not arab if you open surat abraham brother which chapter surat abraham let me see uh chapter 13 brother flex chapter 13 verse number three or number four where where are you come from i am from halab syria so chapter uh 14 guys chapter 14 14 verse number four allah said literally he sent messenger to every nation from their own tongue so muhammad is arab is not yours not for you it's not for words yeah it's a brother tell him to read any translation this matter for me any translation but i want you i want him to understand the verse okay du kannst jede übersetzung jetzt nehmen er möchte nur dass du den vers verstehst was du da rezitierst ja welchem vers jetzt über welchem vers reden wir okay he's saying which verse chapter 14 verse number fall 14 nummer 4 suche 14 nummer 4 was ist mit der surat abraham surat abraham surat abraham i moment peter okay 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 Ich bin zurück, ganz kurz bitte. Ich habe kurz Gäste bekommen. Okay, he got some people, friends. He said, just give it a second and he's gonna be back. So we're just gonna wait, Ahmad. Sura 14? Sura 14, verse 4. Ich bin eigentlich wegen was ganz anderes reinkommen. Ich wollte gar nicht debattieren. Ich debattiere auch sehr ungern. Das ist nicht mein Bereich. Es geht nur darum, dass du die Wahrheit erkennst, mein lieber Bruder. In Adam. Darum geht es. Ja, hier bei Sura. Kannst du ihn auch gerne übersetzen. Ja, schlag immer auf. Sura 14, verse 4. Und nimm jede Sprache und erklär uns das mal. Also ich bin kein Scheech. Ich bin kein, äh, ich bin einer, der nicht Wissen hat. Du musst für einen Vers, du musst für einen Vers kein Scheech sein. Du musst einfach nur vorlesen und sagen, was du verstanden hast. Manche Sachen muss man seinen Scheech fragen und man muss es verstehen. Ich kann nicht alles suren. Wozu brauchst du einen Scheech, wenn du Tafsire hast? Deswegen. Ich habe es ja nicht gelesen. Ich habe kein Tafsir dazu gelesen. Ich habe es ja nicht gelesen. Even Tafsir sagt, die Bruder in Arabic, all the Tafsir sagt, Allah send, Messenger. Just a second, let me finish this. Let me finish this, without respect. So in all Tafsir in Arabic side, the Bruder flex. He said literally, Messenger to every nation from their own tongue for explain it to them. So, which means Allah sent the Arab nation, Messenger, Arabic, with Arabic book. To the, for example, Chinese nation, Chinese nation, their own Messenger, own book. The Indian, same thing. So now I'm asking a brother Kurdish, so Muhammad is not your Messenger. And the Quran, not your book, according to Quran. Supposed to be the message you follow, your Messenger from your tongue, for you understand his book. Because Allah said that very clearly. So, because Allah said that, and I have a lot of verses in Quran, not just only this. I have four, five verses also, same thing in Quran. For example, in Surat Yusuf, verse number two. So, Allah said, we send this book in Arabic language, may you understanding. So he spoke with Arab. The Quran for Arab, Muhammad for Arab. So, you, guys. Yeah. Ganz kurz. Yeah. Er hat jetzt gerade gesprochen, er hat dazwischen gesprochen, redet über Respekt. Ich finde, er hat selber keinen Respekt, wenn er in meinen Worten reinredet. Das ist kein Problem. Wenn er über Respekt redet, dann soll er erst mal selber Respekt zeigen von mir. Ich debattiere auch jetzt nicht mit ihm. Er ist ein bisschen verwirrt, unser Bruder Ahmad. Du sagst, er ist verwirrt? Das ist meine Meinung. Lass mich doch kurz reden, Bruder. Ihr sagt doch auch, unser Prophet redet über Kurden und dies und das. Lass mich doch kurz ausreden. Warum wirst du denn jetzt verärgert, wenn ich jetzt was dazu sage? Das ist doch meine Meinung. Meine Meinung ist, dass Professor Ex-Muslim leider sehr verwirrt ist. Allah soll ihn inshallah recht leiten. Vielleicht kommt er wieder zurück. Und das passt dir gerade nicht, wenn ich so rede. Alles gut, kein Problem. Mir passt eigentlich ein paar Sachen nicht, deswegen wollte ich kurz hochkommen. Aber ihr seid sofort auf eine Surah eingegangen. Ihr wollt hier den Livestream zeigen. Guck mal, wir debattieren jetzt mit einem Moslem und machen ihn nieder. Es geht um den Stream hier nur, ist meine Meinung. Versteh mich nicht falsch, Bruder. Ihr erniedrigt Muslime. Und das ist ein Muslim-Hassismus. Okay, Gummah, weißt du, warum ich dich jetzt unterbreche? Ich unterbreche dich jetzt, weil ich dir eigentlich vom Herzen was zeigen wollte. Ich war nicht hier, um dich zu debattieren. Wir sind eigentlich nur hier, um dir zu zeigen, dass den Gott, den du dienst, ein Fischer Gott ist. Wir waren eigentlich, guck mal, soll ich ganz ehrlich sein, wir waren von Anfang an klar, dass du kein Wissen hast. Es ging nur darum, dir die Wahrheit zu zeigen. Aber weil du uns jetzt schon in einem Schatten gesteckt hast, sage ich einfach nur klipp und klar, geh einfach raus. Alles gut. Bruder, oder Adam, hör mal zu. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Sehr schade. Geh einfach raus, geh einfach raus, alles gut. Passt dir nicht. Geh einfach raus, alles gut. Man kann ja nicht, man kann ja nicht jede Seele retten, alles gut. Keiner hat gesagt, guck mal, lass mich dir eine Sache sagen, was ich ganz gut war. Guck mal, lass mich dich mal kurz muten für eine Sekunde, um dir das zu sagen, was eigentlich das Ding ist. Guck mal, du musst gar nicht hier hochkommen. Geh zu deinen Leuten und geh da weitermachen, alles gut. Du musst dir gar nicht zuhören, du hättest auch gar nicht hier hochkommen müssen. Wenn du nicht auf der Suche nach der Wahrheit bist, Zeitverschwendung. Aber lass mich doch einfach irgendwas... Es hat keinen Wert. Du hast dein Statement gegeben, geh einfach raus, alles gut. Bin ich respektlos gewesen? Nein, nein, es sagt doch gar keiner was. Aber es hat doch gar keinen Angst, weil es die gerade nicht passt, Flex. Nein, nein, es hat keinen Wert, mit dir zu reden, darum geht es. Ach so, okay. Okay, verstehe. Also gibst du den Leuten nur die Chance zu reden, die debattieren und keine Ahnung haben? Nein, nein, darum geht es nicht. Du hast vor ein paar Minuten was ganz anderes aus deinem Mund gesagt und jetzt plötzlich änderst du ganz schnell deine Meinung. Und das hat mich nicht gesagt. Sag doch, was habe ich gesagt? Brauche ich nicht mehr zitieren, ist okay. Warum? Warum aber? Warum sagt man denn das? Weiß kein Wert. Alles gut. Guck mal, ich habe kein Problem mit dir. Ja, ich habe echt kein Problem mit dir. Aber du tust jetzt auf einmal, du redest ganz anders, aber wo du reingekommen bist, da hast du gesagt, ja, ich bin da jetzt nicht ganz wissend und so und es z.a. pp. Aber jetzt redest du komischerweise ganz anders. Was habe ich denn gesagt? Was hat dir nicht gepasst? Dann sag mir doch, was dir nicht gepasst hat. Das kann es nicht sein. Ist doch egal. Ist doch egal. Es hat auch gar keinen Wert. Alles gut. Alles gut. Man hört dich nicht. Man hört dich gar nicht. Okay, so Brother Kurdish, you don't understand Arabic, right? So, why Allah didn't allow you, why Allah didn't allow you to pray to Allah in your language? Why you need to learn Allah language? Brother, there is no need to speak with him. There is no need to speak with him. At the beginning, he was like acting normal. And now he speaks completely different. So, that's why I throw him out. Because he's wasting our time. So, that's why he also insulted. And the most weird part is that he insulted you. Also. He insulted you. And I cannot let someone insult you. That is not normal for me. I mean. Because he's following Mohammed. He's a true Muslim. He's a true Muslim. Yeah, yeah, absolutely. Absolutely. Okay, we have someone different. I'm gonna bring this guy up. I don't think he has questions. Hi. Hello. Servus. Alles gut. Yes, uns geht's gut. Wie geht's dir? Ja, es geht so. Und zwar, ich war ja letztes Mal, du weißt ja noch, wo ich bei dir live war, oder? Also oben. Ja, ja, ja. Ich bekomme die ganze Zeit Nachrichten. Und, also ich war auch manchmal dann in ein Live-Sindem und die haben mir halt erzählt, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber dass du die Sachen aus dem Kontext ziehst und irgendwie das, das haben die dich, also die Sachen, die hat gegen dich schon debattiert und hatte Recht, weißt du? In was hat er, haben die Recht? Ahmad, Ahmad hat zu Hamdi Schia gemacht. Ich habe, haben die bezüglich biblisch komplett vernichtet. Wo hat er uns denn vernichtet? Ahmad, Ahmad ist hier. Ahmad hat zu Hamdi Schia gemacht. Ahmad ist Schia. Bro, Ahmad, Hamdi literally becomes Schia. Congratulations, he is Jaffari Imamini now. Why? Because when I prove it to him from Salafi Book, he came to answer my question from Schia library website. Ahmad? Das Problem ist, ich kann leider nicht so gut Englisch. Ahmad, welche Sprache sprichst du? Ich spreche, also ein bisschen Arabisch, aber jetzt mein Dialekt, nicht Hocharabisch. Okay, so Ahmad, speak with him in Arabic, I'm gonna be right back, he speaks Arabic. Can you speak Arabic, Ahmad? Yeah. Okay. Okay. Ich habe ein sehr wichtiger Effekt, einer der Stimme gezwungen sind. Herr Hamed mich vonscheinlich aus demилиen Rabbi von Dr. Bismarck von Dr.食, von Dr. Benjamin von Dr. Hanhab, von Dr. Viktor von Dr. Benjamin, von Dr. Ichab und von Dr. Benjamin von Dr. Benjamin. Sie ver Cambiance mit einem bestimmten Ahdiensten, der ist, dass dass Allah von der Garten ist auf dem Hechte. Oh, hieran, guys, hieran, hieran, istagfiru, Jesus, istagfiru, Jesus. Quick, 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 quick. Okay, let me come back, guys. I have a question. So, why? Hamdi, Hamdi, let's do another conversation about same point, Hamzi. Hamdi, I know you are in a live stream. If you trust Allah, and trust Muhammad, and trust your religion, join us now, me and you lonely, and come prove it to me, Allah, Allah doesn't have leg from jinn or from a human. Why? Because we have in chapter 32, verse number 13, verse Allah said in Quran, he promised the hellfire, he will fill up or fill up the hellfire from jinn and the human. And we have hadith on Sahih Muslim, Allah, he will fill up the hellfire from his leg. So, Allah's leg from jinn or a human. Go ahead. Allah's leg from jinn. Salamu alaykum, brother. Wa alaykum, misle ma zakertum. You become kafir now. Do you know why? Why? Because you rejected Muhammad. However, who rejected Muhammad, rejected Allah according Quran. Ati'u allaha wa ati'u al-rasool. Man ya'asi allaha wa rasoolu. Congratulations, you are ex-Muslim, brother. Oh, I have a question, but I, it's a dumb question, but I want to ask, is the poison tree haram? It's what? The poison tree. You know the poison tree? Poison tree? Yes, the poison tree. You know that? That's on my profile. So, you're a prophet Muhammad, he used to be, he used to be Aisha poisoning him, yes. But I don't know what you're talking about. Oh, okay, I'm sorry. I want to ask a question, but it's okay. If you have a question, if you have a question, ask. Okay, he's out. Timur, hello. Hello. Muslim or Christ? He's Muslim, he's name Muslim. His name is Timur Lank. Yeah. Timo. Ja, bitte. Du bist Muslim, wie's aussieht. Ja, ich bin Muslim und ist auch gut so. Ich wollte dir nur kurz sagen, ich bin kein Gelehrter, so wie du, wie du da scheinheilig tust. Okay, versuchst du jetzt, versuchst du mich jetzt hier zu belehren, ob ich scheinheilig, was meinst mit scheinheilig? Ja, weil du über zwei Milliarden Menschen hier bereidigen tust, alltäglich. Okay, hör mal zu, hör mal zu, hör mal zu. Ich sag dir, ich mach mich mal groß und mach mal eine klare Ansage, okay, eine klare Ansage. Guck mich mal an, wenn ich mit dir rede, mein lieber Freund. Ja, okay. Sehe ich aus, Nummer zwei, Nummer zwei, ihr, ihr, ihr greift das Christentum an. Niemand greift das Christentum an. Ihr greift 74 Genozide, 74 Genozide an die Jesiden. 74 Genozide an die Jesiden und du kommst hier und willst hier irgendwas sagen, oder was? 74 Genozide an die Jesiden und du kommst hier hoch und willst uns was sagen. Wenn du die Leute abkommst, du hast keine Courage, Mann. Du kannst da gar nicht sagen. Raus, get out, get out, get out. 74 Genozide an die Jesiden, 360 Millionen Christen werden angegriffen. Da kommt so ein Heuchler hier hoch und will uns was sagen. So ein Heuchler. Fragt ihn mal, ob er überhaupt weiß, dass 360 Millionen Christen vom Islam verfolgt werden. Da wird er sagen, ich habe keine Ahnung, noch nie gehört. 74 Genozide an die Jesiden. Er wird auch sagen, ich habe es noch nie gehört. Aber wenn wir gegen sie reden, auf einmal ist es ein Problem. Auf einmal ist es ein Problem. Nur wenn wir gegen sie reden. 74 Genozide an die Jesiden. Leute, ich habe Videos gesehen, wie die Jesiden geflüchtet sind und du hast gesehen, wie sie da angegriffen haben. 74 Genozide an die Jesiden. Dieser Heuchler kommt hier hoch und will hier irgendwas über den Christentum sagen und sagen, ja, warum redest du über Islam? 74 Genozide. 2014, das werden wir nie vergessen. 1915. Armenier, Aramäer, Griechen. Da kommt so ein Heuchler hier hoch und will sagen, warum redest du über Islam? Der größte Gift überhaupt. Inklusive habt ihr sogar die Albaner wehgetan. Inklusive noch die Albaner. Das Problem ist, nicht viele Albaner wissen das. Inklusive sogar noch die Albaner. Und dann kommen sie hier hoch und sagen, ja, warum redest du über uns Muslime? Kerle, ich verstecke nicht mal mein Gesicht. Ich bin jeden Tag mit meinem Gesicht leid. Jeden Tag. Ich verstecke mich auch nicht hinter einem Profil, mein Freund. Ich bin jeden Tag hier drinnen zu sehen. Jeden Tag. Ist was anderes, wenn ich mich verstecke und ich zeige mich wenigstens, mein Freund. Da solltest du dir lieber mal Gedanken machen. Wieso zeigt sich dieser Kerl? Genau. Mach dir lieber mal Gedanken drüber. Will mir irgendwas sagen. 74 Genozide an Jesiden. Leute, ich wiederhole mich nochmal. 74 Genozide an die Jesiden. Inklusive habe ich die Videos gesehen, wie die Jesiden geflüchtet sind vor diesen Heuchlern. Jesiden. Albaner. 360 Millionen Christen werden weltweit verfolgt. Juden werden beleidigt. Christen werden beleidigt. Hadithe beweisen sogar, dass Mohammed Türken sogar beleidigt. Kurden beleidigt. Und dann kommt so ein Heuchler, will mir sagen, Religion of Peace. Religion of Peace. Peace of what, brother? Peace of what? Ja. Ja. Das ist crazy. Crazy. Das ist crazy. 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 All right. Bring someone, other one up. As-salamu alaykum, Habibi. As-salamu alaykum. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut, ich musste mich nur gerade ein bisschen aufregen, weil diese Person ein Heuchler war, der gerade hochgekommen ist und ich hoffe, du bist ehrlich und belügst dich nicht. Nein, warum sollte ich lügen? Lügen ist eine Schlechtigkeit, denke ich. Du bist wahrscheinlich Moslem, Moslem, Christ, Moslem? Ich bin Moslem, alhamdulillah. Okay, was bringt dich denn heute hierher? Äh, tatsächlich, ich war auch vorhin in so einem anderen, äh, live, der war aber nicht so sachlich und dann wurde man dieser live geschickt, gerade. Okay. Einfach so, jetzt, äh, was ist denn überhaupt das Thema, also das Oberthema? Und das Thema wird dir nicht gefallen? Was ist das Thema? Komm, hau raus. Das Thema wird dir nicht gefallen. Du bist Moslem und ich bin gegen, äh, Islam. Du als Person, darfst du bitte nicht falsch verstehen, du als Person, mit dir habe ich kein Problem. Aber deine Ideologie ist gegen die Christen und gegen die Juden. Wenn du tief im Islam graben tust, ähm, ist gegen die Christen und die Juden. Das kannst du nicht verstehen. Warum kannst du es nicht verstehen? Weil in der Moschee wird dir was ganz anderes beigebracht. Aber der Kern des Islams bringt eigentlich was ganz anderes bei. Und der Bruder hier unten, der hier auch mit uns im Channel ist, ist ein Ex-Selefi. Okay, das heißt, er ist Christ, er ist kein Moslem mehr. Und, ähm, er hat alle die Quellen. Er hat die meisten Quellen und er weiß, von was er spricht. Und, äh, welche Sprache sprichst du, wenn ich dich fragen darf? Ich spreche Deutsch, Serbisch und Englisch. Du bist Serbel? Ja. Krass, ne? Viele sagen, ich sehe aus wie ein Türke oder Araber oder so. Alles gut. Aber, aber eine Frage, warum hast du den Islam angenommen? Ich weiß, äh, in Serbien gibt es viel mehr orthodoxe Christen als Muslime, aber es gibt auch, äh, eine Minderheit ist dort auch, äh, Moslem. Aber, 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 also du bist Serbe, sagst du? Ja. Okay. Er hat gesagt, er war orthodoxe Christen? Nein, er hat gesagt, in der Lande, wo sie sind, sind Serbische Autodops. Okay. Oh, okay. 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 So, Ahmed, ähm, was hat dich denn vom Islam überzeugt? Äh, ich bin, äh, als, äh, wie soll ich das sagen? Als Kind hatte ich natürlich erst mal gar keinen richtigen Bezug zur Religion, beziehungsweise ich habe das ganze Konzept dahinter natürlich nicht verstanden, ne? Okay. Als ich so fünf, sechs oder so war, weil es hat mich auch noch gar nicht interessiert als Kind. Und dann, äh, so, als ich, äh, jugendlich war, dann bin ich einfach zum Islam gekommen. Ich verstehe, also, du selber hast kein Wissen, sagen wir mal, über deine Religion, richtig? Wow, 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 oder das, wie meinst du, ich habe kein Wissen über meine Religion? Weißt du, weißt du, welchen Gott du da dienen tust? Weißt du, was du da anbeten tust eigentlich jeden Tag? Ich bete Allah an, ja. Wer ist Allah? Allah ist der einzige Gott. Wer ist dieser einzige Gott? Du hörst dich sehr traurig an, man weiß, dass du unglücklich bist. Nein, Bro, mir geht's gut. Geh, bitte? Na, einer hat geschrieben, du hörst dich sehr traurig an, weiß, dass du unglücklich bist. Aber alles, mir geht's gut. Alles gut. Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, wer ist denn dieser einzige Gott? Wie, also, willst du jetzt, dass ich, was willst du genau, willst du jetzt, dass ich sage? Komma, wenn du einen Christ fragst, ja, das ist der Unterschied zwischen einem falschen Gott und einem richtigen Gott. Ich erkläre dir etwas. Du musst aber auch gut zuhören. Wenn du mich fragst, gehe ich zum Alten Testament und im 5. Buch Mose wird ein Prophet prophezeit, der aus der Mitte der Brüderschaft kommt, aber aus Israel, Stamm Israel. Und er ist das Licht, er ist das Zepter, der Knecht Gottes. Dieser Knecht Gottes entäußerte sich und wurde Mensch. Er ist Gott, der sich entäußerte und Mensch wurde und die Knechtgestalt annahm. Deswegen wissen wir, Jesus Christus ist Gott. Deswegen wissen wir, wer unser Gott ist. Und der Gott, der gesprochen hat, Yahweh. Wir wissen, wer er ist. Aber ein Moslem, wenn du ein Moslem fragst, wer ist Allah? Keiner weiß das. Sie sagen nur Allah, Gott. Aber wer ist dieser Gott, den du Allah nennst? Ja, nichts ist ihm gleich, er ist der Allerhöchste. Ich weiß, aber wer ist dieser Gott? Das weiß kein Moslem. Ach, mir. Ja, okay. Aber ich würde jetzt nicht sagen, eine Personifikation eines Gottes macht den einen Gott echter. Ja, wir haben unterschiedliche Glaubenssätze. Für dich ist dein Gott echt, für mich ist mein Gott echt, weißt du? Was ist aber, wenn ich dir zeige, heute, ich zeige dir heute und beweise dir heute, dass dein Mohammed ein falscher Prophet war, nur mit einem einzigen authentischen Hadith und mit einer Sure und einem Tafsir, die Erklärung, was ist, wenn ich dir das beweise, dass du wirklich einen falschen Prophet dienst? Was machen wir dann? Eine einzige Hadith. Okay, das können wir gerne machen. Aber guck mal, wir können, ich muss um 45, ich muss weg zum Essen, wir können, bist du noch lange online? Oder wenn das kürzer als fünf Minuten ist, bleibe ich noch drin? Es ist kürzer, es ist kürzer. Okay, komm. Okay. Hast du dein Koran da? Ist ganz wichtig, du brauchst das jetzt. Warte, bro. Okay. Wenn du schnell bist, können wir das ganz schnell machen. Und dann erkläre ich dir, dass Mohammed ein falscher Prophet ist. Okay, warte, warte. So, Ahmad, ich werde ihm den Surah Al-Khaf, über die Sonne sette, geht unter der Wasser. So, ich werde das zu ihm erklären. Okay. Just gib mir das. Ja. Okay. Er ist weg. So, das proves, er ist scared, dass er die Wahrheit ist. Er ist weg. Er ist jetzt singend. Er ist singend. I believe I can fly. Ja. Wow. Allah. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Er hat Angst, das ist das Problem. Er hat Angst. Wow. So. Meine lieben Geschwister, der Stream ist wirklich ziemlich angenehm. in der Stream. Aber kein Serbe heißt Ahmed. Das ist mir neu. Dass ein Serbe Ahmed heißt. Das ist mir wirklich neu, Leute. Das ist mir echt sehr, sehr neu. So. Okay, this guy's connection is very bad. Okay. So. My lovely brothers and sisters. Ahmed, my brother. How long are you going to stay? Ahmed. Yes, my brother. I'm with you now. God bless you. I'm with you now, brother. No. 10 more minutes. No problem. I will go to eat. Alhamdulillah, Jesus, brother. Salam wa mut'ah. Salam wa mut'ah, brother. Amen. Any Muslim? Any Muslim here? Any da'wah? Where is Hamdi? Hamdi, come. Hamdi, habibi. I love you, Hamdi. Come to cook you one more time. You're killing me. You are killing me, my brother. It's nice, right? It's nice, right? Yeah, but it's nice. Nobody knows me, right? But for some reason, but for some reason, it fits you. It fits you for some reason. Yeah? Nice? Yeah, it fits you for some reason. Alhamdulillah, Jesus, brother. Alhamdulillah, Jesus. So any Muslim here? We will do da'wah today. We will preach Quran, inshaAllah wa ta'ala. We will preach Quran. Allah sitting physically on his chair and crossing one leg on the other. Why? So when you want to enter the brother? When you think you want to enter? I was thinking of taking a small break. Just a small break. Yeah, take your time, brother. When you want to enter, just end it without to ask me. Because I'm going to eat. God bless you, brother. By the way, where did you buy it? Because I need to order the same one. Online. From Timo. Timo? Yeah. I'm going to order one. It's cheap. Very cheap. All right. Like $10? All right. I have another one. It's big hat. I have another one. It's big hair. Like... Yeah. I'm going to order one. Yeah, man. It's cheap. It's so nice, man. Specifically, you don't have a hair. You need a brother. Amazing. Amazing. So, Ahmad, my brother. So, I don't know how long you're going to stay. So, if you're going to be like in the next maybe three hours, I'm thinking to come back in three, four hours. So, we can... Yes, that would be great. That is great. After three hours, I will be... I will see if you are open, I will join. Okay, perfect. So, I will try to be there. Yeah. God bless you. Let me say hi. Bye to everybody. God bless you all. Brother and sister. Peace of Christ with you. Jesus is a God. He's a creator. He's an Alpha and Omega. Even from the enemy devil book, from the Quran. Jesus, he's a creator. He's an Alpha and Omega. Peace of Christ with you. God bless you all. God bless. God bless, my brother. God bless. Bye bye. So, then I'm going to speak quick to the people here. So, my dear brothers and sisters, who are here, I love you guys. We're going to take a small break. Ich muss wirklich ganz ehrlich sein, ganz stark, 420k Likes. Flex geht noch nicht. Oh doch, Leute. Ich muss kurz was essen. Ich habe mega Hunger. Wir machen nachher weiter, Leute. Wir machen nachher weiter. Ganz, 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 ganz viel Liebe. Wir machen nachher einfach weiter. Wir haben es zwar jetzt nicht geschafft, die eine Mio. Ja, die eine Mio haben wir tatsächlich jetzt nicht geschafft, aber ist ja nicht so schlimm. Aber ich muss was essen. Ja, ich muss was essen. Und nachher würde ich gerne über einige Argumente sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Argumente heute widerlegen soll. Genau. Erstmal, meine Brüder und Geschwister, Gott soll euch segnen. Ganz, ganz viel Liebe. Eure Familien sollen gesund bleiben. Stark und munter sein. Bleibt stark. Tut ebenfalls was essen. Trinkt etwas. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott. Er liebt euch. Und bleibt geschmeidig, meine Lieben. Leute, ich bin später da. Ich muss dringend, 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 dringend essen. Ja, dringend. Ich habe mega, mega Hunger. Und für die ganze Gruppe, die in Telegram sind. Ich werde demnächst einfach mal einen Termin machen bezüglich Grillen, bezüglich wegen der Bürgerparty. Und dann treffen wir uns auch alle. Und wie gesagt, ich mache einen Vorschlag, wo das sein soll. Es soll schon so gut wie möglich fair sein, dass jeder diesen Anschluss natürlich hat. Und genau. I love you guys. Christliche Gemeinschaft. Ihr wisst schon, mit den Brüdern und mit den Geschwistern ist ganz, ganz wichtig. Und ja, genau, Leute. I love you guys. Ganz, ganz viel Liebe. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis später. Leute, I love you. Bye, bye.